Ich bin von heute auf morgen Deutscher geworden, weil ich geradeaus schnell laufe. Das musste ich doch mal geben. Das war der Grund. Ohne Amare, wir waren zur 5, irgendwas ist passiert. Wir 5, Polizei von meinem Haustür. Denn es ist Schicksal, die Kanacken kommen immer in Gerichtssaal. Yo Freunde, was geht ab und willkommen wieder zu einer neuen Episode vom Podcast. Mein heutiger Gast ist sehr schnell unterwegs. Er war Vierter mit seinem Team 2015 in Peking bei den Weltmeisterschaften in Leichtathletik. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen, Platini Menga. In der Haus. Ist das jetzt Corona-technisch so? Ja klar, Ghetto-Faust. So ein Like-Button. Genau, genau, genau. Ich freue mich super, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Weißt du, dass der Kontakt... Oh, ich wurde empfohlen. Du wurdest empfohlen. Großes Lob. Vielen Dank an Christopher Ockom. Oh, Ockom. Christopher Ockom. Grüße gehen raus. Wir kennen uns ja so als Erwachsene nicht. Ja. Dein Schwager ist ja der beste Freund von meinem Bruder. Ja. Komisch. Er ist indirekt in Kontakt. Dein älterer Bruder, der jetzt mittlerweile verstorben ist, Jerry, rest in peace, der war damals ein Freund von meinem Bruder ebenfalls, als ihr nach Deutschland gekommen seid. Ihr wart ja damals noch im Heim hier einen Monat. Ja, direkt vorne. Genau. Da kamen wir zu euch, da haben wir noch mit deinem Vater, haben wir immer gecatcht, auf den Matratzen mit euch, Michael Jackson gehört. Große Wrestling-Fans waren wir. Da warst du aber auch noch ein ganz kleiner Pimpf. Wie alt war ich da? Vielleicht drei, vier? Allerhöchstens, ne? Ich habe ja zu meinem Elternbruder, der Jahrgang 82, fünf Jahre alt, das Unterschied ist. Ja. Ja, ja, ja. Ich bin schon schneller unterwegs gewesen, da wollen wir noch einen Windeln wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. 1990. Ja. Ich kam im Sommer. Ich weiß noch, mein erstes Bild, seitdem ich denken kann und klein bin, so wie ich mit meinen Eltern und den typischen Koffern und damals gab es diese plastikgestreiften, weiß-blau gestreiften Plastiktüten, ganz viele Ausländer, Ausländereltern. Die auch ganz viel aushalten. Genau, die auch ganz viel aushalten. Diese Typen, heute ist das jetzt Ikea mit Style. Ja, ja, ja. Das Bild habe ich noch wie meine Eltern und wir in der Autobahn, unser alter Opel Kadett, keine Ahnung, wir sind immer zu siebt gefahren oder so. Das war so mein erstes Bild von Deutschland und ja, Flüchtlingsheim hier im Baum. Also die ersten Erinnerungen so. Die ersten Bilder so aktiv, okay, das warst du als Kind. Und ihr kommt ja eigentlich ursprünglich aus Angola, ne? Genau, aus Angola sind meine Eltern geflüchtet, damals sehr viel Unruhe und meine Eltern waren der Überzeugung, in Europa haben die die beste Möglichkeit, wir waren ja damals zu viert, meine Schwester ist hier geboren und mein Vater, sein Grundgedanke war ja zuerst nach Norwegen zu kommen, weil wahrscheinlich hat man unten aus Angola gehört, dass Norwegen sagen wir mal einen besseren Wohlstand hat und irgendwie über Umwege ist man dann in Deutschland praktisch stehen geblieben. Das Ziel war also Norwegen. Das Ziel war, habe ich so später nochmal nachgefragt, Papa, wie war das? Wie habt ihr eure, sag ich mal, eure Reise nach Europa angefangen? Und ich glaube über Umwege, ich glaube der erste Asylantrag war beim Vatikan in Italien und du probierst ja wirklich… So eine Art Kirchenasyl? Genau, genau, genau. Versuchst ja, sag mal, so schnell wie möglich nach Europa Fuß zu fassen, ne? Und wenn man jetzt von Süden nach Norden guckt, ist fast Italien die erste Anlaufstelle. Auf jeden Fall. Und ja, die haben, wie gesagt, alles verkauft, was da war und sack und pack ab in den Flieger und nach Europa, ne? Bin ich heute noch sehr dankbar, dass meine Eltern den Mut hatten, uns diese Chance zu geben. Dass sie diesen Schritt gemacht haben, ne? Ja, wirklich. Hast du irgendeinen Bezug, einen persönlichen Bezug, außer jetzt aus Erzählungen zu deiner Heimat? Sehr schwer. Schwierig, ne? Ich kam zwei, also, das sag ich ja, meine erste Erinnerung aktiv war direkt hier in Deutschland und dieser persönliche Bezug, dass man sagen kann, das war meine Oma, das war mein Onkel, das war das Haus, was wir hatten. Wirklich fast auf null Prozent. Okay. Jetzt vor kurzem kam die Tante meiner Mutter, kam zu Besuch und das war so, sag ich schon mal der letzte enge Kontakt zum Heimatland, ne? Ich weiß nicht, Heimatland ist schrägstrich Ursprungsland. Ursprung, ne? Weil Heimat ist das, wo man sich wohlfühlt, ne? Heimat ist für mich Deutschland. Ja, ja, ja. Ich bin Deutscher, ne? Also, das ist auch so eine Debatte, die gerade viele hatten und ich wurde da auch letztens eingeladen zum Radio, im Sojus 7 Radio, da ging es auch darum. Ach, Sojus am Rhein. Ja, ja. Genau, genau, aber die bauen das gerade um, das ist jetzt gerade am Ernst-Heuter-Platz und da gibt es auch ein Radio, die haben jetzt eine Radiosendung. Ah, okay. Und da ging es auch darum, was ist eigentlich Heimat, ne? Also, ist Heimat das, wo du jetzt herkommst, ursprünglich so, ne? Also, du jetzt zum Beispiel geboren bist, aber gar keinen Bezug vielleicht dazu hast? Oder ist Heimat das, wo du dich wohlfühlst, egal wo das ist? Man darf es dem Einzelnen auch frei überlassen. Und wenn einer sagt, da wo ich jetzt gerade lebe, werde ich nicht akzeptiert, dann ist das einfacher, würde ich so sagen, okay, das ist meine Heimat, weil hier werde ich nicht akzeptiert. Deswegen korreliert das natürlich mit dem Wohlbefinden. Bis jetzt hatte ich einfach nie das Gefühl, sag ich mal, weit weg von Deutschland zu sein. Ich spreche die Sprache und ich bin, sag ich mal, ich bewege mich gut hier in diesem Land. Deswegen war für mich klar, zu definieren, die Heimat ist für mich Deutschland. Monheim. Ja, Monheim. Ja, das weiß man ja nicht. Man macht dir irgendwann die Augen auf. Ist so. Ich habe Familie in Baden-Württemberg. Also, wenn du dir meinen Onkel anschaust, mit dem Akzent, da lachst du dich kaputt. Ein Schwarzer mit einem Baden-Württemberg. Ja, aber irgendwo, so ist das Leben, ne? Ja, du fängst einfach irgendwo an. Die Deutschen jetzt, die jetzt denken, die wären deutsch. Ja. Die wissen ja auch nicht, wo die Vorfahren herkommen. Aus Frankreich, aus Italien oder aus, was weiß ich. Du. Oder gemischt oder keine Ahnung. Wenn du die Zeit zurückdrehst, vielleicht haben sie alle irgendwann in Afrika angefangen. Verstehst du? Deswegen. Also, ich finde, das ist eigentlich scheißegal. Und wie du gesagt hast, jedem selber überlassen. Jeder muss sich da wohlfühlen oder dem das Label geben, wo er meint, das ist das Richtige. Da darf sich auch kein Dritter irgendwie angegriffen. Oh, das ist für dich Heimat. Genau. Das muss doch jeder. Ist doch subjektiv, das Empfinden. Ganz klar, das ist subjektiv. Deswegen, was ich auch vorhin gesagt habe, zum Beispiel, an deine Heimat wäre ja eigentlich richtig zu sagen, hast du einen Bezug zu deinem Geburtsland? Wenn wir nach der Korrektheit gehen. Wenn wir jetzt richtig übertrieben. Die Korinthen-Kacka. Ja, ja, genau, genau. Ja, genau. Ich meine nur so vom Prinzip. Ja, vom Prinzip her. Das heißt, du bist ein richtiger Deutscher mit allem drum dran. Mittlerweile nennt man das heute Bounty, außen, schwarz, innen, weiß, glaube ich. Echt? In der Jugendsprache. Ist das so? Ja, ich glaube so. Okay. Lieb gemein. Lieb böse. Lieb böse so. Der ist ein Bounty. Ja, okay. Was heißt das? Außen, schwarz, innen, weiß. Okay, okay. Aber ich nehme das nicht böse. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch ist auch anders, was seine Toleranz angeht oder auch was sein Verständnis angeht, willst du mit jedem anlegen. Macht keinen Sinn, also mega anstrengend. Ist so. Und man muss das immer im Kontext sehen. Ja. Wenn du das Gefühl hast, hier, man möchte dich auch wirklich beleidigen, dann merkst du das schon. Dann darfst du auch eingreifen. Ja, ja, genau. Und ich muss nicht auf alles eingehen. Viele, die haben das leider halt auch so im Sprachgebrauch, für die ist es normal, so Sachen zu sagen oder auch so Ausdrücke oder irgendwie sowas. Ja. Die sehen das doch nicht mal so, als ob die dich beleidigen, auch wenn das scheiße ist. Ja. Auch wenn das scheiße und beleidigend ist, also tatsächlich, aber die denken gar nicht so weit so. Und wenn das nicht böse ist. Das ist das. Wenn die Intelligenz dahinter ist und du das so aus dem Weg gehen kannst, dann ist das sehr stark von dir, weil oft ist das dann in dem Moment, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Warum? Es fängt dann bei der Beleidigung an und dann artet es aus, da wirklich bin ich der Fest immer zu hören, der Klügere gibt nach, kann sich reflektieren und ist intelligent genug, diese Sache, sag ich mal, mit so einer flauen Distanz aus dem Weg zu gehen. Hast du im Grunde das Gefühl gehabt, dass du irgendwie gemobbt wurdest, so aufgrund deiner Hautfarbe von mir aus? Bei mir, ganz klar, jeder hat seine Erfahrung, mein Knackspunkt war, ich werde nicht vergessen, ich habe für meinen Führerschein, habe ich eine Zeitung ausgetragen, weil ich einfach nicht zu meinen Eltern hingehen konnte und sagen, Mama, Papa. Wolltest du das selber dann verdienen. Ja, und wir waren in Hittorf, Leverkusen-Hittorf, mit zwei weiteren Freunden und aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, fuhr dann ein älterer weißer Mann an mir vorbei und ich weiß noch, ich hatte gerade den Wagen entleert, ja, Zeitung rausgenommen, Wochenzeitung, das war dann samstags, haben wir in die Maus getragen. Also im Fahrrad warst du unterwegs? Nee, nee, wir waren praktisch von, sag ich mal, von unserem Arbeitgeber in Leverkusen rausgelassen mit so einem VW-Minibus und der hat die Zeitung mit drin und dann hieß das, das ist euer Gebiet mit, wirklich off-school, mit Blatt Papier und die Straßen, die Route, die wir langlaufen müssen mit den Wochenanzeigern und ich habe gerade den Wagen entleert und dann kam ein Mann auf dem Fahrrad an mir vorbei und wirklich Augenkontakt, mega, mega aggressiv und so blöde geguckt und sagte nur zu meinen Freunden, die auch, sag ich mal, zwei Meter in Sichtweise waren, bringt den Neger nach Hause. Die waren aber weiße. Die waren weiße, genau. Ja, okay. Und der fuhr an mir vorbei und sagt dann diesen Spruch, bringt den Neger nach Hause und ich war paralysiert. Also, ich war geschockt. Ich war das erste Mal in meinem Leben so, ich wusste nicht, was ich machen soll. Es ratterte mir die ganze Zeit durch den Kopf, aber so zwei, drei Stunden später, warum bist du denen nicht nachgelaufen? Hast denen irgendwie gegen das Fahrrad getreten und dann kam sofort, weil ich so erzogen bin, sofort dieser Gedanke, so und dann hat der das, was er will. Dann steht wieder in der Zeitung, ausschlimmender Kind, tritt Mann vom Fahrrad. Ja, ja, ja. Weil dieser Spruch wird ja irgendwie dann vielleicht nicht auftauchen. Dann heißt es am Ende. Oder die Leute, die euch gesehen hätten dann vielleicht. Sehen nur ein schwarzer Jugendlicher, rennt jemanden hinterher, tritt dem vom Fahrrad. Der ältere Mann liegt da und blutend. Und das kam mir sofort als Gegenreaktion. Gut, dass du das nicht gemacht hast. Aber ich war wütend. Du warst kurz davor eigentlich, was das Gefühl angeht. Ich war richtig wütend. Warum hast du nicht was gemacht? Und dann habe ich mich irgendwie dann doch hilflos gefühlt, weil was willst du machen? Der fährt an dir vorbei. Soll ich dir jetzt festhalten, anzeigen. Was kannst du in dem Moment machen? Das war so, das ist bei mir so von der Emotionslage am meisten hängen geblieben. Wenn du jetzt komplett in einem anderen Land aufgewachsen wärst, dann wäre das vielleicht noch, ich will nicht sagen nachvollziehbar, aber vielleicht nachvollziehbarer, weil du bist sowieso fremd. Aber dadurch, dass du ja komplett noch hier aufgewachsen bist, seitdem du denken kannst, ist es ja noch komischer, dass du denkst, das ist jetzt einer meiner Mitbürger und der behandelt mich so, als wenn ich jemand Fremdes bin. Du hättest eigentlich sagen können, ja wohin willst du mich bringen, von Leverkusen nach Monheim oder was? Ja. Ist aber bemerkenswert, dass du halt so reif dann doch warst. Deswegen war auch in meinem Großwänden sich prügeln, boah, kein Bock. Dieses, dann ist man blutig, dann hat man eine Narbe im Gesicht. Muss nicht sein. Ja, ich konnte auch natürlich von den Fehlern meiner Eltern und Brüder lernen. Ich wollte gerade sagen, weil deine älteren Brüder, die waren ja... Komplett anders. Die waren ja anders drauf. Komplett total Schaden im Kopf. Sehr, sehr hitzköpfig. Und das war für mich so ein Grund zu sagen, damals gab es diesen Spruch immer, keine Macht der Drogen. Für mich war das immer mein Spruch, keine Macht der Gewalt. Ich wollte mich einfach nicht prügeln. Ich wollte einfach nur zur Schule gehen, gute Noten schreiben, so ein kleines Gefühl von Familienstolz zeigen. So hier, man kann auch normal in Deutschland leben, man kann sich auch normal bewegen. Man muss nicht immer der Ausländer sein, der aus Monheim-Süd kommt. Das war mir so wichtig, von klein weg, dass ich nie in diese Richtung gehe. Oh, Monheim-Süd, Monheim-Süd. Bis ich hinten auch später erfahren habe. Es gab Mitbürger in Monheim, die Angst hatten, nach Monheim-Süd zu kommen. Da kriegst du deinen iPod geklaut damals. Krass, ne? Way back. MP3. Wie, du kriegst deinen iPod geklaut? Natürlich, wenn du drin lebst, dir das nicht passiert, dann denkst du, das ist weit weg. Aber es ist tatsächlich manchen Mitbürgern passiert, die dann nicht aus Monheim-Süd kommen. Aber das war für mich klar zu zeigen, zeigt doch, dass ihr was anderes könnt. Dass ihr besser seid. Dass ihr besser seid. Aber Monheim-Süd hat ja eigentlich schon immer so einen schlechten Ruf gehabt. Ja, von vorne weg, leider. Ja, also meine Frau auch, die kommt aus Düsseldorf. Und als ich die kennengelernt habe, woher kommst du so? Ich so aus Monheim. Ich komme ja eigentlich aus Baumberg. Ja. Und die so, nee, bloß nicht und so. Ja. Also alles Assis. Wenn du damals gesagt hättest, kommst du aus Baumberg. Ja, ja, danach habe ich gesagt, nee, sorry, Baumberg. Ja, ja, ja. Ja, was ist Maumberg? Ja, ja, das gute Monheim. In der Nähe von Benraht. Ja, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel das mit deinen älteren Brüdern, dass das vielleicht so ein bisschen so das Problem ist für jemanden, der vielleicht hier auch nicht geboren ist oder auch ein bisschen sich fremd fühlt hier. Also sie können das vielleicht nicht so leicht wegstecken, weißt du, die Situation, was du gerade erzählt hast. Ich fand das immer schwierig, weil ich bin immer davon ausgegangen, man hat doch die gleiche Ausgangsposition. Ja, aber die waren ja schon was älter. Das ist das. Das Empfinden und das Alter und dann die Reaktion auf eine bestimmte Situation, das ist dann individuell zu betrachten. Genau. Das ist ganz klar so bei denen gewesen, dass die manche Situation einfach hitzköpfige angegangen sind und falscher Freundeskreis, meiner Meinung nach, dazu beigetragen haben, dass man einfach einen schlechteren Weg gegangen ist. Ja, aber du musst auch, du weißt ja auch, früher war es ja auch ein bisschen schwieriger, was Integration angeht. Ich weiß noch, damals war es keine Ahnung, wie alt bist du, alles klar, ab dem Alter Hauptschule. Ja, genau. Und dann bist du direkt, sag ich mal, im Käfig eingefangen. Ich konnte ja noch mit der Grundschule anfangen und mich orientieren. Genau, genau. Und die Empfehlung und da war das Thema Hauptschule nie, das war so wie meine Brüder sind auf der Hauptschule. Das war für mich so, hä, warum? Es gibt ja auch welche, die sind zur Hauptschule gegangen, aus denen ist was geworden. Es gibt Leute, die sind von der Hauptschule bis nach Oxford. Ja, ist so. Das ist keine Entschuldigung. Du bist du quasi letztendlich dann zu dem Athleten geworden, der jetzt einen Wikipedia-Eintrag hat. Oh, der, ohne Goldmedaillen, weiß ich nicht. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja. Du warst in Peking, hast auf der Weltbühne. Hätte ich auch nicht gedacht. Hat wirklich der Sport, wenn du hörst, dass der Sport Türen öffnet, das war wirklich so in meinem Fall. Noch nie vorher geflogen und von heute auf morgen erste Reise, die du machst, ab nach China. Ja, wie gesagt, ich habe Fußball gespielt, hier angefangen bei der Erste FC Monheim in der E3, weil ich noch mit meinen Freunden hier, meinen Klassenkameraden, die spielen Fußball im Verein, hast du Lust mitzukommen. Ich bin hingegangen, habe meine fußballerischen Fähigkeiten versucht zu verbessern bis zur A-Jugend, aber war nie so der Techniker. Meine Qualitäten waren wirklich schon damals immer, boah, der ist schnell, der ist aggressiver Spieler. Ich war gefühlt, wurde vom Stürmer zum Sechser-Position, dieser typische, hier Demirkeles, alles dichthalten, Jens Jeremis, das waren so, das sind nicht meine Vorbilder, aber ich wollte, oder Seedorf, Edgar Davis, das waren so meine, meine, sag ich mal Vorbilder, wo ich sagen wollte, ich will so ein aggressiver Sechser werden, weil meine Technik war gerade, keine Ahnung, von neun Chancen habe ich zweieinhalb irgendwie reingemacht. Also da hat man quasi, oder hast du für dich selbst entdeckt, dass zwar das Fußballspielen an sich jetzt nicht die Stärke war, aber das Laufen. Genau, das Laufen. Hast du das gemerkt, oder war das irgendjemand anders? Sag mal, schon selbst irgendwo gemerkt, weil du warst bei den Sprintdisziplinen, gibt's ja mal diese Linienpendel-Geschichten, die du dann gemacht hast, von der Grundlinie bis zum Fünfer, von der Grundlinie dann bis zum 16er, von der Grundlinie bis zum Mittelfeld, von der Grundlinie zurück und dann wieder bis zum andere Grundlinie oder so. Ich bin ja die Trainer von, kannst ja variabel oder Linien-diagonalen Sprints machen, da war ich immer vorneweg, immer vorneweg, aber auch der Erste, der sich übergeben hat. Das heißt, Sprintfähigkeit war da, aber Ausdauer, Lactat-Toleranz, Katastrophe. Ah, okay, okay. Also wirklich für dieses, speziell für dieses Gebiet. Ja, für dieses Gebiet war mein Körper. Also nicht irgendwie alles laufen. Nee, 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 also mit Langlauf und so alles, du hast das Gefühl, über zwei Minuten ist nicht so meins. Boah, deine Mitschüler in der Schule, wenn ihr Sport hattet, die tun wir. Katastrophe, in Basketball würde ich nur ausgel... hier, faul, zu schnell angegangen, Basketball war kein Sport für mich, die Schulhallen waren auch viel zu klein. Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel beim Sprinten, wenn du Bundesjugendspieler hast, oder so, hat da irgendeiner mithalten können? Ich glaube nicht, ich habe auch nicht an Bundesjugendspielen, glaube ich, damals teilgenommen. Ich stelle mir das gerade so ein Szenario wie bei X-Men vor, weißt du, so einer, der kann voll schnell rennen, so, und die ganzen anderen Schüler so, boah, was ist das für einer so? Aber das habe ich echt nicht im Blick. Das ist noch nicht so? Ich weiß noch, wir haben in der Schule Gänselieselauf gemacht, am Rhein. Da konntest du zu bestimmten Firmen hingehen und sagen, ich laufe so und so viele Kilometer oder Runden und pro Runden mussten die dann Geld geben. Und da war ich, da habe ich gemerkt, Langlauf ist nichts für mich. Zurück zum Fußball, bis zur C-Jugend habe ich in Monheim gespielt. Dann kam so das erste Angebot Niederrhein-Liga damals nach Union Solingen. Da hatten wir so unseren Ziehvater, der mich und meinen jüngeren Bruder von zu Hause abgeholt und so das erste Angebot, ihr kriegt Schokoticket von uns, dann könnt ihr nach Hause fahren und die ersten Fußballschulen, da habe ich gesagt, okay, vielleicht wirst du doch Fußballer. So, dann hatte ich meine erste Erfahrung, sag ich mal, in einer etwas höheren Liga, bin dann das erste Mal eingeladen worden in einer Niederrheinauswahl und so, da habe ich schon gemerkt, oh, du hast ein Problem. Von was bist du kein Deutscher? Ja, und es dürfen nur zwei Nicht-EU-Spieler in diesem Auswahlteam sein. Sondern da hattest du keine Chance gegen die Spieler aus Gladbach und Leverkusen. Die waren gefühlt damals alle ein Kopf größer und breiter und die tollste Fußballschule. Du warst irgendwie gehemmt, so, oh, da ist keiner aus Gladbach. Und schon gemerkt, okay, Fußballprofi ist schon sehr, sehr schwer, wenn du nicht gut spielst und nicht aus einem großen Verein kommst. Da habe ich schon gemerkt, so, könnte sehr schwer werden. Dann habe ich noch, sag ich mal, so einen letzten Funken probiert. Die Mannschaft BV04 in Düsseldorf bietet einmal in den Osterferien, bieten immer so ein Osterturnier an. Und da kamen immer internationale Mannschaften wie Juventus, Turin, Real Madrid und mein Cousin spielte dort. Und das war für mich so, boah, probierst du über den Weg einmal an so einem Turnier dran teilzunehmen? Nochmal, damals so ein Zubasa-Film. Zubasa-Yuga-Film. Boah, einmal Tigerschuss anwenden gegen Real Madrid. Vielleicht kriegst du dann doch die Chance, irgendwie der neue Edgar David zu werden oder so. So, dann habe ich außerhalb der Transferzeit oder Wechselzeit in der A-Jugend gewechselt. Und damals konnte der Verband und Verein dich sperren. Und dann war ich in der A-Jugend ein Jahr lang gesperrt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Trainer kommt zu mir, du darfst nicht spielen. Ein Jahr lang. Verband hat dir eine Sperre gegeben. Und der Verein aus Solingen hat dir eine Sperre gegeben. So ein Hals. Aber ich habe gesagt, okay, bereitz dich auf das Turnier vor. Von einem Training zum nächsten Training. 13.10 Uhr habe ich Schule aus, war in der Realschule. 13.25 Uhr kommt mein Bus. Ich war jetzt noch nach Hause gesprintet, Lasagne auf drei Minuten bei 600, 700 Watt angemacht. Brillend heiß die Tottenilis oder Lasagne reingeschöffelt. Ab zum Bus, kommst nach Hause nach dem Training. 22.00 Uhr. Hausaufgaben nicht gemacht. Ich hole das nach, Papa, ich hole das nach. Schulnoten, rapide schlechter geworden. Aber ich habe gesagt, ey, wisst ihr was? Fußball ist nichts für mich. Wirklich. Ich habe gesagt, ich habe es ein Jahr lang probiert. Keine Wettkämpfe. Also für den Jugendlichen ein Jahr lang zu treten. Und jetzt für mich als Athlet, als Erwachsener, ein Jahr lang zu trainieren, für ein Highlight. Ja, das kann ich verstehen, warum man so einen langen Prozess braucht. Aber als Jugendlicher zu einem zu sagen, du darfst nur trainieren und ein Jahr später darfst du erst zeigen, was du drauf warst. Da wirst du verrückt. Und da habe ich einfach die Lust am Fußball verloren und habe mich abgemeldet. Aber du glaubst jetzt auch im Nahen hinein, das hätte auch nicht viel gebracht. Nee, das hätte auch nicht viel gebracht. Also dafür waren meine fußballerischen Fähigkeiten einfach zu schlecht. Ich finde auch zum Beispiel viele Jugendliche oder auch Kinder jetzt, die jetzt irgendwas werden wollen im sportlichen Bereich, die sehen auch nur Fußball, Basketball, Boxen, Runtime, Sport, dann ist halt die Frage, wie kommt man dann auf Sprinten? Also ich hatte wirklich das Glück, Zufall über Zufall über Zufall. Das ist wirklich so ein Dominoeffekt von Zufall. Schicksal. Wirklich, oder Schicksal. Bestimmung. Bestimmung. Der sollte einfach werden. Bestimmung. Frage der Zeit gewesen. Das war wirklich so, tob dich aus und wenn du bereit bist, holen wir dich. So ungefähr. Ich habe mich dann abgemeldet vom Fußball, mich auf meinen Abschluss konzentriert und habe mich gleichzeitig bei uns in Monheim im Fitnessstudio angemeldet. Und da war zufällig auch mal ein ehemaliger Betreuer. Kircherstraße, oder? Nee, nee. Das war direkt hinter der Realschule. Da war so ein Fitnesscenter von so zwei Bulldozern geführt. Das lief auch nicht lange. Ich glaube, die waren da zwei Jahre oder so. Alice Meitner Realschule. Ja, ja, neben dem Trinkgut war rechts daneben so ein Fitnessstudio. Ah, ja, ja, das lief nicht lange. Genau. Da war auch mein ehemaliger Betreuer, der kannte die zwei an der wohl verseuchten Menschen, glaube ich. Da hat er mich gesehen und gesagt, hat mich einfach so, während der Übung, was machst du eigentlich? Und da hat er so, ja, dem meine Geschichte erzählt. Und sein Freund war, oder ist bis heute noch, Leichtathletiktrainer. Und dann hat sie gesagt, willst du nicht zum Leichtathletiktraining kommen? Du warst doch immer der Schnellste in der Mannschaft. Ich gehe nach Hause. Sommer, Sommer 2, 4, 2, 3, olympische Vorbereitung auf Athen wurde gezeigt von Eurosport. Mit Morris Green, Atta Bolton. Das hieß damals High Intensive Performance oder H-I-S irgendwas. High Intensive Sprint. Das war die Trainingsgruppe von John Smith. Das Sprint korrifiert als Coach in den USA. Die lief bei Eurosport und ich habe zufällig angemacht. Also du redest mit den Menschen über das Thema Sprint, kommst nach Hause und die Doku läuft dazu. Sag, direkt in your face. So, Jesus, schau mir das an, während ich esse mit meinen Geschwistern. Ich denke so, schon geile Sportart, diese sich messen, sehen cool aus. Also irgendwie wie damals Bad Boys, so Will Smith und Marty Lawrence, aber auf Leichtathletik rüber transferiert. Und ich denke so, boah, geile Sportart, geile Sportart, das sehe ich mal. Zwar laufen die rum mit Schwimmanzügen damals so, die Leichtathletik, das Outfit. Und boah, geile Sportart, das willst du machen. Aber keinen Bezug zu gehören. Ich denke, der hat mich doch, der Guido, ich habe doch mit dem darüber gesprochen. Telefoniert, erstes Training gemacht. Wirklich, damals gab es, ich weiß nicht noch, du kennst diese Sportschuhe mit den Reißverschlüssen von Puma. So, aus dem Rennsport ein bisschen abgeleitet. Von der Seite? Nee, nee, du hattest die Reißverschlüsse vorne drauf. Ja. Die hatten so, keine Ahnung, damals war doch dieser Trend, so diese schnellen Schuhe mit den Reißverschlüssen und dann Tennissocken und dann deine Adidas Originals oder Jeans noch in den Tennissocken. Ja, ja, ja. So, mit diesen Sportschuhen, wirklich, die haben kein Profil, gar nichts. Es ist einfach glatt wie so Michelin, ich glaube so Michelin, das war so ein Gimmick von den Michelin-Profilen. So, autoreifenmäßig. Autoreifenmäßig. Mit solchen Schuhen auf der Tartanbahn und es war 17 Uhr im Herbst, im Herbst bin ich dann zum Trinken gegangen, regnerrichter Tag und dann sollte ich mich einlaufen und dann, alles klar, wir machen dreimal 100 Meter und gucken so, was du so drauf hast. Dann hab ich mich warm gemacht, hab mir ein paar Übungen gezeigt und da hab ich so gemerkt, hab ich so das versucht anzuwenden, was ich so in der Serie gesehen habe. Sondern dann hieß das, alles klar, geht los, erster Lauf. Boah, gerannt um mein Leben, ne? Wolltest du direkt beweisen, ne? So vor, dieser Mann, dieser Mann kennt mich nicht so, der hört nur, ich bin schnell, let's go, let's do something. Gerannt, okay, Pause. Und ich merk so, boah, anstrengend, oh Jesus. Weil du gefühlt ein Jahr lang nur Fitness gemacht hast und dann aus der Kalten direkt durchspritten solltest. Keine Vorfahrung, ist ja egal, ich zeig's dem heute. Zweiten Lauf gemacht. Boah, war mir schlecht, mir war richtig schlecht. Weil ich mich wahrscheinlich richtig schlecht vorbereitet hatte, ernährungstechnisch, aber es war keine Vorfahrung. Warst du ja Greenhorn, was den Bereich angeht, ne? Dann noch einen gemacht, boah, ich hab mich übergeben, sofort, ab in die Heck, ich bin durchgelaufen. Und damals, ich weiß nicht, wie das heute aufgestellt ist, Langefeld, SGL-Verein, hatte eine Tartanbahn, 110 Meter, dann kommt der Zaun und Busch. Boah, aber wirklich, du musst mit Vollspeed irgendwann schon bei 80 aufhören, dann wird so Auslauf gegangen. Aber ich wollte dir beweisen, dieser Mensch steht mit der Stoppuhr bei 100 Meter. Ich sag so, ich lauf durch, bis zum Zaun durch, ist mir egal, ich lauf durch, weil Tunnelblick von Maurice Green. Ich lauf durch, durchgelaufen, sofort ab in die Hecke, mich übergeben. Krass. Und ich komm zurück, wirklich erschöpft und er sagt, weißt du, was du gerade gelaufen bist mit Turnschulen? Ich so, keine Ahnung. So richtig schnell gelaufen. Ich so, boah, okay. Aus dir kann was werden. Und das hatte mich einfach so, das hat das Feuer so leicht empfacht. Hast du gedacht, der labert so? Ja, du kennst den Menschen halt nicht. Und sagst dir, irgendeine Zeit, du hast keinen Bezug zu der Sportart. Ja. Ich so, okay, wenn er meint. Und dann meine ersten Trainingseinheiten gehabt, aber damals noch nicht den Fokus einfach. Ich hab dann trainiert und das Training noch nicht so wirklich wahrgenommen, so ernst genommen gehabt. Weil für mich war so freitags, freitags mit meinen Homies so. Aber der Mensch war so überzeugt von meinem, von meinem Potenzial, der hat mich abgeholt. Irgendwann zweimal freitags kam ich zum Training und ich so, wo bist du mal? Ging dir auf den Sack dann? Ja, ja, ich bin mit meinen Homies. Da war damals in Düsseldorf, gab es eine Jugend, Jugenddiskothek. So 16- bis 18-Jährige. Welche? Aqua? Aqua. Freitags, das war für mich so, ich bin da, weil ich war mit meinen Homies da. Ich hatte immer einen, der hatte Kontakt zum DJ, da haben wir uns ab und zu das Mikrofon geschnappt und der kannte alle Lieder von Eminem auswendig. Das war neben Bananas. Genau, direkt neben Bananas. Und Bananas, glaube ich, war immer sonntags der Highlight und so. Und wir waren immer freitags dort, glaube ich. Und das war für mich so, das war mein Highlight, Wochenhighlight. Lernen, 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 Schule, Fitness, Fitness. Und dann Freitag Aqua mit den Homies. So, weil das erste Mal Düsseldorf Hauptbahnhof alleine mit deinen Freunden, oh, wo wart ihr? Wir waren in Düsseldorf. Oh, dürfen die Eltern nicht erfahren. Und dann kommt ein Trainer, will, du darfst, freitags musst du trainieren. Ich so, wie, ich muss freitags trainieren. Wer bist du? Wirklich, der hat, der hat, der hat mich, ich weiß noch, so an die Schulter gepackt, aus dir kann was werden. Und so, ja, so salapp gesagt, so, mit dir will ich reich werden. Mit dir will ich meine Finca in Mallorca aufbauen. Mein Bambus verkaufen. Und meine, ich so, halt mal den Ballfach, ich mach das Ding. Was will der von mir? Meine Taschen sind leer. Ich mach das doch gerade erst an einem Tag, so ungefähr. Aber er war der festen Überzeugung, dass das Potenzial da ist. Aber das ist ja eigentlich meistens auch die Motivation von solchen Trainern. Ja, wenn du das siehst, überragend. Also, wenn du Talent sehen kannst und dass das richtig gefördert wird, ist das nur eine Frage der Zeit, wie ist das Platz. Natürlich spielen auch viele Faktoren. Ist der Körper belastbar, stabil? Ist die Psyche des Sportlers bereit, das anzugehen? Und ja, da habe ich trainiert, trainiert, trainiert. Und dann habe ich meinen allerersten Wettkampf für Langenfeld in Leverkusen. Okay. Wo ich jetzt praktisch seit 2006 im Verein bin. Das war mein allererster Wettkampf. Und ich weiß noch, ich hatte Turnschuhe mit Spikes. Du läufst ja mit so Spikes. Sie haben vorne das Thorn, die Sportschuhe. Boah, mit Löchern. So richtig abgetretene. Die haben wir noch im Schrank geboren zum Verein. Und wir haben darauf trainiert. Und ich weiß noch, wie der zu mir sagte, boah, wenn du gegen einen aus Leverkusen läufst, den rennst du nieder heute. Boah, das war so mein Zeichen. Okay? Commander, I'm a soldier. Let's go. Der ist richtig entsichert. Ja, ja, mein Vorlauf gab es schon mit mega Abstand. Ich denke so, okay, läuft gut heute. Ich glaube, eingestiegen mit 11,30. Und bei uns ist die Schallmauer in der Jugend, wenn da mal vorne eine 10, noch was steht. Vorlauf 11,30 gerannt oder so. Und dann im Halbfinale laufe ich 11,10. Ich denke so, boah. Also 100 Meter in 11,10. Komma drei. Komma drei Sekunden. Und dann im Halbfinale 11,10. Das heißt, ich bin ein Meter von dieser Schallmauer 11,0 elektronisch entfernt. Ich denke so, boah, krass. Und dann sehe ich im Finale einen Athleten aus Leverkusen. Kriegt die Bahn neben mir. Ja. So ein Blondschopf, nie genau neue Schuhe von Morris Green. So, boah, der hat die. Mein Kreuzagst, den machst du nieder. Boah, ich habe gebrannt. Und wirklich innerlich, ich war auf 180. Er sagt, das ist dein Tag. Boah, ich glaube, ich habe den fünf Meter oder so gegeben. 10,89. Und das war für mich so, boah, das ist dein Sportart. Du kannst dich hier völlig austoben. Völlig ausrasten. Das passt zu dir, ne? Ja. Von 0 auf 180 rennen. Kein Körperkontakt. Dein Fleiß wird belohnt. Weil dann habe ich auch richtig trainiert. Dein Fleiß wird belohnt. Und das heißt, ganz einfache Rechnung für mich, du trainierst, bist fleißig und ziehst sie alle ab. Das wusste ab. Das mache ich so. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Wo man sagt, wie wichtig es ist, dass Jugendliche oder Kinder schon früh Aha-Erlebnisse haben. Oder so wird es gemacht. Das ist mega wichtig. Und das war mein Tag. Das war dein Aha-Erlebnis. Das war mein Aha-Erlebnis. Ich weiß noch, wie ich im Finale, ich habe die Augen zugemacht. Ich bin so einer, manche haben die Augen auf bei der Fetch-Position. Ich habe immer die Augen zu und reagiere nur auf den Start. Ich weiß noch, ich habe wirklich einen Vulkan vor mir gesehen. Bis heute weiß noch, ich weiß bis heute nicht, wie dieses Bild entstanden ist. Ich habe die Augen zu, sehe einen Vulkan. Und so wie der Startschuss kam, ist dieses Ding explodiert. Und ich bin losgelaufen. Und ich habe noch so ein Gimmick, ab und zu schreie ich während des Laufens. Aber das mache ich wirklich aus dem Unterbewusstsein. Und wenn das Stadion laut ist, wird es eh nicht gehört. Das ist immer so von den Konkurrenten. Sie sagen, hast du geschrien? Hast du dich verletzt? Aber das ist so eine Form und Art und Weise, meine Emotionen rauszulassen. Ein Kampfschrei. Genau, dieser Kampfschrei. Und der kam da beim allerersten Mal. Aber der kam auch immer wieder im Verlauf meiner Karriere von alleine. Ich kann das nicht provozieren. Es muss einfach passen. Und dann lässt du es los oder nicht. Das ist dieses im Flow sein, im Tunnel sein. Und das symbolisiert dieser Kampfschrei bei mir. Der Platini hat wieder geschrien von den Konkurrenten. Aber dann ist es wirklich, weil ich mich wohlfühle, meine Führungsposition ausbauen möchte und einfach explodieren. Du musst im Sprinten, darfst du nicht denken. Einfach loslassen, explodieren. Das ist meine Form von Explosion, dass ich dann vielleicht aktiv schreie. Und das war so mein Tag, sofort in dieses Sport hat verliebt. Also es gab viele Zufälle. Und dieses Erlebnis vom allerersten Wettkampf, das war so, wo ich gesagt habe, ich bleibe an der Stange. Und da ging es mir auch nicht so, was kann ich damit verdienen? Weil heutzutage kriegst du so eine Anfrage bei Facebook, ich will auch Leichtathletiker werden, was völlig falsch ist. Das heißt Leichtathletik. Aber ich will auch Leichtathletik machen, so wie du, kann man damit Geld verdienen. So wie kann man damit Geld verdienen? Geht direkt ums Geschäft. Das ist eine Frage. Der beste Fußballer denkt doch nicht an die ersten Euros. Dein Hauptziel muss es sein, der Beste in deine Sportart zu werden. Das ist alles Nebenprodukt. Wie viel du dann am Ende verdienst. Klar, manche Sportarten mehr oder weniger. Aber du musst die Sache lieben. Du musst fanatisch in deiner Sportart sein. Eigentlich egal, wo drin. Egal, wo drin. Danach, später, wenn du merkst, dass du es dann gut kannst, kannst du dir darüber Gedanken machen, kann ich das finanzieren oder nicht? Wie kann ich das im Leben? Weil irgendwann ist es auch wichtig im Erwachsenen, was man einen Job hat. Ich hatte das Glück, dass ich daraus wirklich aus meinem Lauf einen Job gemacht habe. Hatte ich wirklich das große Glück. Und genau, so habe ich meinen Weg praktisch zur Leichtathletik gefunden. Das ist cool, weil das ja auch, sage ich mal, was du erzählt hast, ja auch eine Geschichte ist, die auch als Vorbild für viele, die jetzt den Sport für sich entdecken oder noch nicht wissen, was sie machen sollen. Oder vielleicht auch verzweifeln, weil sie sagen jetzt zum Beispiel, wie du damals mit dem Fußball, ja, ich wollte jetzt unbedingt Basketballer werden oder ich wusste halt nichts anderes, weil das wurde uns angeboten in der Schule. Aber eigentlich kann ich was anderes besser, dass es eigentlich so viele Wege gibt und so viele verschiedene Sportarten gibt. Zich Sportarten. Man muss sich gar nicht so auf diese Main-Sachen konzentrieren. Ja, klar, wenn du wirklich von einer Sache überzeugt bist, wirklich der längere Atem, das muss sich, das wird sich irgendwann rentieren. Wenn du am Ball bleibst. Wenn du am Ball bleibst, das wird sich irgendwann rentieren. Also daran musst du einfach glauben. Also es ist wirklich Durchhaltsvermögen, Durchsetzungsvermögen und der Glaube muss daran sein. Sonst lohnt sich das nicht. Ist dann auch egal, was andere sagen. Mir war keine Sekunde, oh, guck mal, der läuft jetzt mit den Strumpeler-Hosen rum. Das war keine Sekunde ein Thema. Die haben einfach gesagt, Alter, der geht ab auf der Bahn. Hat da keiner vor. So vielleicht mal meine Frau später, müssen die Hosen so eng sein, man sieht doch alles. Aber die Pros überwiegen die Kontras wahrscheinlich. Und darum geht es. Natürlich, voll, voll. Also die Pros haben da die Kontras voll überwogen. Und deswegen, wenn du eine Sportart für dich hast, bei der du wirklich brennst und merkst, dass du dich von der anderen absetzt, dann all in. War das dann für dich noch ein Weg oder eine Option zu sagen, ich mache jetzt einen normalen Job oder ich mache eine normale Ausbildung? Hast du sowas gemacht? Doch, eine Ausbildung habe ich gemacht. Ich hatte das Glück, 2007 nach meinem Abi habe ich das Angebot von Bayer bekommen. Ich bin dann 2006 nach Leverkusen gewechselt, weil ich einfach bemerkt habe, meine Möglichkeiten sind einfach zu gering. In Langfeld sind sie zu gering gewesen. Und du hast einfach mit Bayer Leverkusen den größten Leichtathletikverein in Deutschland. Und ich habe mir die Anlage angeschaut und das war Champions League. Das war wirklich eine Frage der Zeit. Das war der logische Schritt weiter. Genau, kleine Vereine müssen einfach sehen, okay, wenn das Potenzial eines Athleten einfach sehr groß ist, der dann national gut ist oder herausragend und dann international mitmischen kann oder an internationalen Highlights daran teilnehmen kann, da muss man den Athleten auch vernünftigerweise gehen lassen. Das war eine große Diskussion hin und her bei mir, weil der Verein mich da auch nicht gehen lassen wollte. Aber du musst einfach Potenzial fördern und auch klug und optimal fördern. Und deswegen war das eine Frage der Zeit, nach Leverkusen zu wechseln. Da bin ich 2006 hingewechselt. Und nach meinem Abitur 2007 habe ich dann die Chance bekommen, die Ausbildung zum Bürokaufmann in der Sportlerklasse zu machen. Und die war halt mega sportorientiert. Also ich konnte an allen Trainingslagern teilnehmen. Wir hatten extra Nachhilfeunterricht. Wir mussten im Betrieb, das darfst du heute fast nicht sagen, aber von neun bis zwölf. Und dann durfte ich zum Training. Und es war wirklich, wie man sagt, das war eine Sportlerklasse für den Sportler gedacht. Und du warst auch nur im Gehen von Sportlern. Sitzvolleyball, Frauenfußball, Fußball, Fußballer, Fechter hatten wir, Judoka hatten wir dort. Und dann sitzt man zu elf und alle haben den Traum, Sportprofi zu werden. Perfekte Umgebung. Genau, mit dem Background oder mit dem Backup einen beruflichen Zweig anzufangen. Und gleichzeitig auch deinen Sport einfach intensiv zu gestalten. Weil du musst dann ab U20, U23 jeden Tag trainieren. Und da hatte ich wirklich noch nie den Gedanken, ja, du willst normal arbeiten. Sondern mein Ziel war es, so schnell wie möglich unter zehn zu rennen, diese Schallmauer. Und alles andere wird sich irgendwie ergeben. Also das waren wirklich wieder auch dann so Schicksalsgeschichten. Meine Ausbildung gemacht von 2007 bis 2010. Und dann stand ich wieder in dem Zweig, was machst du nach deiner Ausbildung? Sportlich gesehen ging es immer hoch, ja. Mit U20 bei den Männern, bei der Männerweltmeisterschaft dran teilgenommen, als Zweitjüngster. Genau, wir hatten noch einen jüngeren Sprinter dabei. Ich war der Zweitjüngste. Und da habe ich gemerkt, ich will einfach hier mit im Zirkus weitermachen. Und bin 2009 auch Vize-Europameister geworden, über 200, bei Altersklasse U23. 2020 und 2010 habe ich das Angebot dann von der Bundeswehr bekommen, zur Sportfördergruppe der Bundeswehr zu gehen in Köln. Und da bin ich bis heute noch drin. Also die Bundeswehr ist praktisch mein Arbeitgeber, der sagt, aufgrund deiner sportlichen Tätigkeit, stellen wir dich frei und du holst die Medaillen für uns. Ah, cool. Genau, wir sind praktisch Außen-Aushängenschilder der sportlichen Abteilung der Bundeswehr. Und das kam mir dann auch entgegengeflogen. Das Angebot habe ich angenommen, weil ich mich auf die Olympischen Spiele 2012 vorbereiten wollte. So professionell wie möglich. Weil das war so, du hast die Weltmeisterschaften erlebt und mit den Zeiten, die du rennen kannst und wirst, kannst du zu den Olympischen Spielen. Und deswegen brauchst du, sag ich mal, einen finanziellen Backup oder beruflichen Backup, wo du das weiter ausleben kannst. Weil oft, ich hätte das Problem gehabt, vielleicht mit einem Vollzeitstudium, dann mit den Trainingszeiten. Studium hatte ich damals dann noch nicht im Kopf. Ich wollte Vollprofi sein. Und da war die Kombination für mich Vereinssport mit Kombination Bundeswehr, gleich Vollprofi im Thema oder im Genre Leichtathletik. Kam dir damals zu dieser Zeit, ich meine, wie alt warst du da? 20 dann? Ja, 22. Kam dir da nie irgendwie in die Quere, Mädels, Drogen, Party? Nee, nee. Drogen schon mal nicht, weil du getestet wirst. Also Rauchen, Alkohol auch nicht? Nee, nee. Gar nichts. Also ich bin immer ein großer Fan davon gewesen, seit 2006 mache ich das, ja? Leichtathletik. Und ich war immer ein großer Fan davon. Sixpack und du bist, was du isst. Also ich bin mal kein Alkohol. Rauchenscheiße für die Luft, für die Lunge. Brauchst du zum Laufen. Also die zwei Themen waren für mich weg. Die waren komplett weg. Drogen erst recht nicht, weil du wirst getestet. Und ich hatte mega Schiss, dass beim Drogentest irgendwie was Positives rauskommt. Generell. Keinen Bock auf Drogen gehabt, so nie was mit zu tun gehabt. Auch nicht dieses Gras und nee, das war alles nicht mein Raum. Das fand ich alles uncool. Also warum auch uncool? Ich weiß noch, das fing mit diesen Alkoholpops an, Smirnoff und wie das. Für mich war immer wichtig, aktiv und auch mit gesunden Menschenverstand nach Hause zu kommen. Du gehst raus, du hast deine Mutter versprochen, keinen Mist zu bauen und einfach gesund und normal nach Hause zu kommen. Nicht so besoffen. Wenn du immer dann von Freunden gehört hast, meine Eltern haben mich dann auf der Toilette. So, what? Auf gar keinen Fall. Das war für mich mega wichtig. Ich wollte niemals trinken. Und ich hatte auch immer so eine Wette, bei mir in der Klasse oder im Freundeskreis, ich kann nur tanzen, wenn ich besoffen bin. Wie, du kannst nur tanzen? Ich habe so gesagt, bah, mach die Musik an. Ich meine, wir sind mit Michael Jackson groß. Michael Jackson, Usher, Chris Brown. Für mich, also tanzen so. Der Rhythmus ist im Blut. Der Rhythmus, wirklich. Ausbildung von Tag 1 mit der VHS-Kassette. Michael Jackson, ich glaube, die Tour war Dangerous Tour oder so. Keine Ahnung, Bad Tour. 1987 kam, glaube ich, Bad raus und so. Danach ist sie auf Tour gegangen. Die Kassette habe ich rauf und runter. Ich habe sogar mit Lego Michael Jackson Outfits nachgebaut. hatte so eine Persilverpackung für meine Mutter, die da war. Das war meine Konzertbühne. Ich habe das sogar nachgebaut, nachgetanzt. Das war für mich so Tanzen, Musik. Das ist so heftig, was Michael Jackson, also für ein Kind. Ausbilder. Wie viele Menschen der berührt hat? Milliarden, Milliarden. Also für mich war Michael Jackson, seine Musik war, boah, himmlisch. Der hat mich so berührt als Kind. Ich habe, glaube ich, geweint bei dem Lied Little Susie. Da war das erste Mal, du hast keine Ahnung von Englisch, aber ich weiß noch, damals mein Vater hatte dieses Cover und hatte immer die Texte dazu. Boah, ich wollte das, ich habe mir das übersetzt. So selber, so mit Englisch, Deutsch. Boah, ich war so traurig. Und dann hatte dazu gesungen, boah, Gänsehaut. Deswegen brauche ich keinen Alkohol. Ich habe gesagt, Michael Jackson braucht auch keinen Alkohol. Und so, egal was für eine Musik war, ich konnte, ich hatte das Gefühl, ich konnte zu allem tanzen. Und deswegen war Alkohol für mich nie ein Thema. Aber Sport macht einen ja auch selbstbewusst. Also jetzt abgesehen davon, natürlich gibt es auch Menschen, die sind von Natur aus selbstbewusst. Aber wenn du auch Sport machst, der macht dich auch selbstbewusst. Ja, auf jeden Fall, vor allem Einzelsport. Ich kam ja aus dem Fußball raus und dann, sag mal, bei elf Freunden kann man sich natürlich leichter verstecken, weil man weiß, okay, ich passe den Ball zu Nummer 10, der macht das Ding schon rein und feiern wir mal. Ich habe gleich in meiner Karriere vielleicht sieben Tore geschossen von hundert Spielen oder so, keine Ahnung. Im Einzelsport lernst du wirklich, wer bist du, wie diszipliniert bist du. Also du wirst dir selbst treuer. Du lernst dich selbst besser kennen. Besser kennen. Und auch dieses, du bist immer mit dir im Dialog. Und dann bist du bereit, was bist du bereit zu opfern? Weil im Leistungssport musst du sehr viel opfern. Freunde gehen raus, du gehst nicht raus, warum? Nächsten Tag Weltkampf, ich muss früh aufstehen, Ernährung, ich glaube, den Scheiß, den du, was McDonalds, den Scheiß, den du isst, kann ich nicht essen. Das ist für dich. Ich habe meinen Ernährungsplan, meine Ernährungsberaterin getroffen, die hat mich an die Hand genommen, ab zu Real und so. Du musst sehr viel opfern für den Sport und dann lernst du dich selber kennen und dann wächst auch wahrscheinlich dann die Brust und die Persönlichkeit. Ich sehe da den Konflikt jetzt natürlich so mit sich selbst, dass man jetzt sagt, ich verpasse vielleicht irgendwas, die anderen gehen feiern, dass man einen anderen Ernährungsplan hat, das ist eine Sache. Ich hatte wirklich in meinem Freundeskreis hundertprozentige Toleranz das, was sie machen. Nie so in die Ecke getränkt oder dieser Lonely Ranger. Und es ergibt sich selber, dass du dann mit Leistungssportlern abhängst, die genauso technisch. Die auch so ein Mindset haben. Genau, die auch so ein Mindset haben. Da habe ich meine zwei, drei Sportler und dann ist das einfach, wenn man miteinander abhängt. Jeder hat das gleiche Ziel, weil zwar andere Disziplinen, aber das gleiche Ziel, dann lebt sich das einfacher. Und meine Freunde haben das aber verstanden. Oft war das wirklich so, gefühlt. Es gab auch Momente, wo ich so gemerkt habe, ja, dich laden mir sowieso nicht ein, weil du eh irgendwo im Trainingslager bist. Zum Beispiel. Das gab es auch. Ich habe zig Hochzeiten verpasst. Ich habe die Geburt meines Sohnes aufgrund des Sports verpasst. Also viele Momente. Du verpasst so viel Soziales, weil der Sport so im Fokus steht. Also es ist dann kein Beruf mehr, sondern mehr als eine Berufung. Und da war ich voll hinterher und ich hatte bis jetzt immer von meiner Frau weg, von meinen Eltern hundertprozentiges Backup. Das ist auch wichtig. Also ohne meine Frau hätte ich das nicht so in dem Maße aussehen. Die hätte ja auch sagen können mit dem Kind, mach mal einen normalen Job und tingle nicht. Hier sechs Wochen USA, Trainingslager, dann wieder zwei Wochen Teneriffa. Teneriffa, dann bist du, also keine Ahnung, von wie vielen Wochen haben wir? 52? 52, ja, keine Ahnung. Von dem bist du gefühlt mehr als die Hälfte unterwegs. Also du bist so oft unterwegs und dann brauchst du einfach den Rückhalt. Der Rückhalt kommt doch automatisch, wenn die Leute sehen, wie erfolgreich oder wie ernst du es bist. Dieser Verzicht ist da, aber die Freude überwiegt, wenn man dann an dem Tag X eine Bestleistung aufgestellt hat, eine Quali gelaufen ist, eine Medaille nach Hause gebracht hat. Wirklich, es gab viele Momente, wo man einfach nach so einem Erfolgreichstag, nicht zusammengebrochen, aber dann einfach geweint hat, weil du gesagt hast, boah, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, den Arsch aufzureißen. Es hat, es wird und hat sich, harte Arbeit hat sich bis jetzt immer belohnt. Und das habe ich so aus dem Einzelsport einfach gelernt, dieses, wenn du dich da reinkniest, egal was du machst, ja, einfach so, egal, es gibt Leute, die bringen sich, die bringen sich Klavierspielen selbst bei, weil die so intensiv daran gearbeitet haben und die spielen einfach überragend, bis die irgendwann Konzerte spielen. Und die haben auch klein angefangen. Also wirklich, diese harte Arbeit wird belohnt. Das ist besonders auch bei Sachen, die du, die du selbst in der Hand hast, ne? Also wenn das jetzt irgendwie ein Job ist oder irgendwas, wo du halt die Belohnung oder, oder die, die Genugtuung von mir aus von jemand anders bekommst und mal kriegst du es, mal nicht und du weißt nicht, wann du es kriegst. Ja, so sagen wir mal im festen Konstrukt. Genau, aber wenn du, wenn das alles von deiner Leistung, von dir selber immer abhängig ist, dann ist das ja gerade, motiviert das einen gerade noch mehr. Und das macht süchtig. Ja, genau. Es gibt kein, im Leistungsschule, es gibt kein, das wiederhol ich, die Frage, die dir immer wieder stellt, bei uns fängt die Saison meistens im Oktober, November an, wie kann ich schneller werden als im Vorjahr? Deine Bestzeit schlagen. Genau, im normalen Beruf ist das ja, nach dem Urlaub fängst du dann wieder an und dann überlegst du auch nicht, wie kann ich jetzt den Bericht oder, oder, oder keine Ahnung. Ja, vielleicht, wie kannst du mehr verdienen dieses Jahr? Ja, ja, und die Frage ist dann, wie setzt du sowas um? Oft ist das dann vielleicht mit einem langjährigen Studium oder im Sport hat sich das für mich viel greifbarer angefühlt. Ein Jahr Gas geben und dann kannst du das erreichen. Ein Jahr Gas geben, also das fühlt sich greifbarer. Aber das hat ja auch was mit dir persönlich zu tun. Das hat mit deinem Körper zu tun, das hat mit dir zu tun, das hat mit deinem alltäglichen Verzicht oder aber Entscheidungen zu tun, wo du dann letztendlich landest. Ja. Ob du, ob du schneller wirst, ob du erfolgreicher wirst oder nicht. Definitiv. Und das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass viele dich fragen, wie viel verdient man da? Das ist ja dann ein ganz anderer Motivationsfaktor. Ganz falsch. Wenn man so fragen kann, was verdient man denn? Wenn man es richtig anstellt, dann kann man sich ordentlich bewegen. Darum geht es ja immer. Ich bin ja Sportler, man kann ja anhand meines Dienstgrades sehen, was ich verdiene. Ist ja transparent. Ach so, ja, genau. Darüber hinaus, klar, gibt es doch den Sportteil, den muss ich jetzt nicht offenlegen. Aber du kannst ja auch, du kannst ja auch dann, Sponsoren hast ja sicher auch und all so Geschichten. Jetzt, jetzt, kommt da einiges zusammen? Ich war lange bei Adidas. Ja. 2015, dann ist unser Verein zum Nike-Verein geworden und bei uns in der Leichtathletik korreliert das immer. Du kannst nur, also bei unserem Verein ist das festgeschrieben, der Hauptverein hat den Ausrüster-Sponsor, das heißt, unsere Athleten dürfen auch dann nur bei dem Sponsoren Einzelvertrag haben. Aber das hat jetzt keinen Qualitätsaspekt, das ist einfach nur ein anderer Deal. Ja, das ist nur ein anderer Deal dann. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass es die besseren Schuhe sind. Das ist wirklich dann so, wir sind jetzt links und du musst jetzt auch links abbiegen. Okay. Aber du kannst schon reich werden damit. Usain Bolt ist damit reich geworden. Es gibt einige Spieler, die sind mit, oder sind, werden durch Leichtathletik reich oder sind reich geworden, aber es ist sehr schwer. Ja, aber ich meine jetzt, wenn du jetzt das vergleichst mit Fußball, ja? Kannst du nicht vergleichen. Also es hat meiner Meinung nach nur Usain Bolt geschafft. Beim Fußball, da wird ja auch nicht direkt jeder Profi, der nur das will unbedingt. Aber, ähm, oder hast du da eher die Chance, dann auch mehr zu verdienen, meinst du, beim Fußball? Du hast die Chance, definitiv mehr zu verdienen im Fußball. Ja, die ist astronomisch größer. Ich glaube schon ab. Wie viel du als Profi letztendlich bekommst, meinst du? Ja, ja. Ja, aber dass du Profi wirst, die ist viel, boah. Weißt du, wie ich meine? Weil du musst ja auch erst mal Profi werden. Die Chance ist, glaube ich, gering am Fußball, weil jeder spielt Fußball. Darauf will ich hinaus. Verstehst du? In einer Klasse von 30 Kindern hast du 17 Jungs und von den 17 Jungs spielen 12 Fußball und einer spielt Federball. Genau. Einer geht schwimmen und drei sind da Leichtathletik. Verstehst du? Und die machen auch, die drei, die Leichtathletik machen, die spielen auch noch zweimal die Woche Fußball. Also jeder will Fußball spielen. Also die Chance, Fußballer zu werden, ah, ist brutal. Also deswegen letztendlich, äh, Leute, macht was ihr meint, macht was ihr könnt und gebt Gas und, äh, fühlt euch wohl und schaut, wo eure Stärken sind. Definitiv. Ne? 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 Also, ähm, dem nachzugehen, wo man am meisten verdient, den Sport nachzugehen, das ist, das ist bald. Ne? Um mehr verzichten zu wollen oder zu müssen, dazu gehört dann auch Leidenschaft. Dann sollte man auch wissen, warum man das macht. Das ist das, die Leidenschaft muss im Vordergrund stehen. Weil nur so ist man bereit, gewisse Reize auch, ähm, anzunehmen, ja, und Verletzungen, gewisse Übungen oder Trainingsreize, die dann wirklich schon wehtun, aber die sein müssen, um ein neues Plateau zu schaffen, ein Leistungsplateau. Auf einer Seite ist es ja auch gut, weil das einen fit hält auch. Ja. Also jetzt mal abgesehen, jetzt vom sportlichen oder vom Verdienenspekt, aber auf der anderen Seite kannst du ja auch verschleißen, ne? Also ich habe ja auch im Podcast den, äh, Cosi da gehabt, der hat mir auch erzählt, äh, beim Fußball, äh, irgendwann, äh, ist Ende, ne? Dann machen die Knochen nicht mehr mit, die Gelenke nicht mehr mit. Mit 24 habe ich gedacht, ich wäre unsterblich. 2009 hatte ich meine erste Operation, dann musste ich an der Leiste operiert werden. Ich hatte, äh, äh, exzessive Übungen gemacht, äh, mit, äh, Benchpress, äh, Beindrücken. Ja. Beindrücken. Beinpresse. Beinpresse, ja. Ja. Da war ich im Trainingslager und Vorbereitung auf die, ähm, U23-Europameisterschaften. Wir sind in Kimau, das ist unser Sportleistungszentrum in Deutschland, da wo damals die DDR, sag ich mal, ihr Höhentraining unten in der Halle simuliert haben. Also das war wirklich, so wenn du isoliert trainieren möchtest in Deutschland und deine Ruhe haben möchtest und keine Ablenkung, ab und nach Kimau. Da sind sie alle, Turner, Tischtennis, Schwimmer, Kanuten, Leichtathleten. Okay. So, und da hab ich mich ausgetobt mit der Beinpresse und dann hat's einmal richtig gezwiebelt im leichten Bereich und dann hatte ich so einen leichten Hobel. Mhm. Stand aber auf dem Weg zu den, ähm, stand auf dem Weg zu den Europameisterschaften, U23, und hatte die Quali für die Männer, Weltmeisterschaften. Schmerzen ohne Ende. Jede Woche einmal zum Arzt sich, äh, da betäubt. Mhm. Weil du hast überall, sobald ich gepresst habe, Schmerzen. Kam dann der Hobel immer wieder raus? Der war da. Der war einfach da. Okay. Im leichten Bereich. Musste nicht operiert werden? Ja, doch. Dann hatten wir die Wahl. Operieren wir das jetzt, ist die Saison durch. Ja. Operieren wir das nach der Saison, ist die nächste Saison angekratzt. So, und was ging? Ich konnte laufen ohne Schmerz, da musst du dir mal vorstellen, ich konnte laufen ohne Schmerz. Adrenalin. Hab aber im Alltag Schmerzen. Ja, ja, das ist Adrenalin. Hab beim Krafttraining Schmerzen. Ja. Ich hab das Ding von April bis August durchgezogen. Mhm. Wir sind gelaufen, 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 aber sobald ich im Kraftraum war, geheule, sobald ich im Alltag war, nach dem Training hat es gepocht, wie Sau. Und für mich war immer nur, halte durch. Mhm. Halte durch. Ich hole die Silbermedaille mit dem Schmerz bei den U23-Europameisterschaften. Verletze mich am Beuger. Wirklich, die letzten zwei Meter vor Ziel zuppelt es mir hinten. Ich spring schon fast hoch. Der Mannschafts-A7-Zorn oben und ich dachte so, hör mal, ich hab in vier Wochen die Weltmeisterschaft. Ich hab mir so eingezogen hinten. Mir tut es vorne weh. Bleibt die Ruhe. Hatte mich fit behandelt. hab ein, musst deinen Ausgangs-, einen, einen Gesundheitsnachweis machen. Drei Wochen vor den Weltmeisterschaften. Ein Schmerz noch dran. So, boah, jetzt stehe ich unter Zugzwang. Ich muss diesen Test machen, sonst kannst du bei den Männern in der Meisterschaft nicht mitmachen. Du hast als Einziger die Norm, du darfst laufen. Ich muss das durchziehen. Boah, ich hab den Test bestanden. Keine Schmerzen, war wieder voller Adrenalin. Letzter, letzter Wettkampf. Weltmeisterschaften. Bin im, im, im Zwischenlauf. Fliege ich raus um zweihundertste. Gegen wen? Gegen einen, der zum dritten Mal gedopt hat aus Jamaika und eine lebenslange Sperre bekommen hat. Verpasst das Halbfinale. Ich denk so, boah, dieser Wix. Das ist ja scheiße. Sonntag, Mannschaftsabend, Mannschaftsparty, Montag, nach Hause geflogen, Dienstag früh Operation, Leistung-OP. So, und dann, ähm, hab ich so einmal so Titanenetze hier reingeflochten bekommen. Es gibt so zwei Techniken, wie du diese Leisten, so einen Leistenbruch, ähm, operieren kannst. Und wir haben uns für diese Technik entschieden, weil zufällig, ähm, die Tochter von meinem Trainer im Krankenhaus da auch gearbeitet hat, die war auch mit bei der Operation, dabei, dass das so alles verläuft, dass man hinterher wieder Leistungssport weitermachen kann. Und dann 2012, die heftigste Verletzung meiner Karriere. Jetzt kommt's. Sechs Wochen vor den Olympischen Spielen, Kreuzbandriss, Außenbandriss, Auch beim Trainieren? Bizeps-Szene. Zwei Tage vor meinem Start bei den Europameisterschaften geh ich mit Turnschuhen in den Startblock rein und da war Probestarts. Und ich hatte keinen Start auf dem Training. Mein Sprinterfreund aus der Schweiz, grüß dich Platini, wie geht's dir? Ist das gut bei dir? Komm, wir machen mal ein paar Starts, einfach ganz locker. Ich denke so, ich hab mich wirklich gut gefühlt. Du kommst da an bei den, bei den, bei den Männermeisterschaften, bist auf der Liste am Platz zwei gesetzt. Ich so, ich hol mir die erste Medaille. ich bin ready, egal was ist so. Mega Selbstvertrauen, ja, in den Startblock reingesetzt. Ich weiß noch, links neben mir Verena Seiler, deutsche Europameisterin über 100 Meter. Rechts neben mir mein Schweizer Sprintkollege und ich mit meinen Turnschuhen, der Boden, das Mundbelag, ist mega glatt, ja. Ich denke mir so, boah, gegen eine Frau kannst du nicht verlieren und gegen Amaru ist recht nichts. Das Ding passiert auf die Plätze. Und du magst, setz, bah, ich setz den ersten Schritt und rutsche weg. Ah, das ist mein Knie, ja, das ist mein Knie. So durchgeflitzt und ich stieg am Boden rein. Ich hab geschrien. Heftig. Das hat so wehgetan. Das hat so wehgetan. Das waren die falschen Schuhe, Das waren die falschen Schuhe. Das hat so wehgetan. Und dann wollte ich aufstehen, und ich wollte aufstehen und ich kann meinen Fuß nicht aufsetzen und fall hin. Das hat mir jemand was durchgetrennt. Weil der Nerv war ja auch durch. Bizepsin, Außenband und Kreuzbord. Alles gerissen. Und dann war ich das erste Mal in meinem Leben traumatisiert. Nicht so wirklich. Ich hab gedacht, ich sitze im Rollstuhl, links herum alle Physiotherapeuten vom Verband und meine Heimfüße aus Leverkusen war auch dabei und die testen an meinem Knie. Diese ganzen Pre-Tests, die du machst, um zu gucken, wie schwer die verletzen ist. Und keiner sagt was. Du hast deine Karriere zu Ende gesehen. Zehn Leute im Raum und keiner sagt was. Wirklich, ein Test nach dem anderen. Und ich denk so, was machen die mit meinem Breins? Jede Bewegung sind wirklich so, los, los, los. Dann sagt mein Heimfüße so, wollt ihr mir das nicht sagen? Ich so, Frankie, was meint der? Wollt ihr mir nicht sagen? Was ist hier los? Was ist mit meinem Knie los? Ich muss übermorgen laufen. Spritzen oder nicht? Für mich ist es immer so, spritzen wir das Ding fit oder nicht? Einmal Cortison rein und dann machen wir das schon. Oder wir täuben das. Keine Ahnung. Wir sind in Finnland. Kommt der Chefarzt? Ähm, ähm, Mr. Mangle, a whole lot of mess. Ich so, how? What? So, ich sag zu dem noch so, I got an Olympic Games. I got, I wanna go there. I trained the whole year. Ich muss da hin. So, du kannst mich nicht raussetzen. Meint der, so, hab ich den gefragt, kriegen wir das in sechs Wochen hin? Meint der, was? Meint der, what? Die nächsten sechs Monate laufen sie nicht. Krass. Zeigt der mir die Liste. Eine DIN-A-Vier-Seite voller Verletzung. So, was ist das? So, was hast du gemacht? Total Schaden. Was hast du gemacht? Mein Traum ist wirklich einfach geplatzt. Durch so kleine, bescheuerte Sachen. Wirklich. Wenn du mal aus der Reihe tanzt. Das ist, das ist wirklich im Leistungssport, was ich jetzt dann lernen muss, wenn ich Coach bin, ja, wie wichtig das ist, so, wenn du so, klar, du hast einen Rahmenplan, Plan, aber je wichtiger an Wettkampf, desto mehr muss man ein Auge drauf haben, was macht der Athlet? Hält, so ihn da hin, vom Kopf auch. Du kannst ja nicht überall sein. Manchmal bist du Heimtrainer und Bundestrainer fährst nicht mit, aber wenn ich mich strikt an den Plan gehalten hätte, ja, und nicht so mal kurz zum Kumpel rüber, wenn ich noch, sag mal, müh professioneller gewesen hätte, du, schön und gut, aber du weißt doch eh, dass ich gewinne. Komm, wir tragen das übermorgen. Das Ego meiner Tasche stecken lassen. weil das war mega dumm, stand einfach schon auf dem Plan, ja, hat mir einfach den Traum meiner Olympischen Spiele so zerplatzt und wir sind sechs Wochen vom Highlight. Ich habe meinen Nahe schon gesehen, alles. Ich hatte bei mir an der Tür die Zeit immer stehen, also wenn ich meine Tür verlassen habe, ich habe direkt gegenüber von der Anlage gewohnt. Du machst die Tür auf, 20 Meter, mit dem Roller runter zur Anlage. Und für mich war jeden Tag Training, Training, du willst zu den Olympischen spielen, es kommt mir nichts dazwischen, kein Freund wird mich aufhalten, keine Verletzung wird mich aufhalten, gar nichts. Wir ziehen das wirklich 100% durch, alles war geplant, ein Mentaltrainer, all or nothing, ich will zu den Olympischen spielen, das ist das Größte, was du erreichen kannst und dann macht dir so eine Dummheit, wirklich so, das passierte ja binnen Millisekunden zum Start, eine Sekunde, 1,5, nach 5 Meter, war mein Traum zerplatzt, und dann habe ich den gefragt, den Arzt, wirklich jetzt unter uns, Doktor. Wolltest du noch so tricksen, ne? Ja, ist die Frage, ist da irgendwas, kann man irgendwas machen? Nein. 6 Monate, 6 bis 9 Monate Reha und dann schauen wir weiter. Das ist ja dann noch nicht gesagt, dass du danach wieder kannst. Da habe ich zu dem gefragt, alles klar, lohnt sich das überhaupt noch weiter zu machen? Soll ich jetzt DJ werden? Ich habe mich mega sauer, da habe ich zu dem wirklich gesagt, ich hätte aber wie DJ right now, was darf ich? Das ist kaputt gelaufen. Der Typ ist traurig, der ist am Boden, fragt mich noch so, so Schicksalsfragen. Malte, Ruhe, lass dich vernünftig operieren und während ich verletze, während das gerade passiert, ist im Hintergrund unser, ja, sag ich mal, Bundestrainer, nicht Bundestrainer, der koordiniert alles, der macht die ganze Orga, Herr Schonar, ja, bei uns. So ein Manager. Ein Manager, Teammanager, der schon die OP-Gespräche führt und Vorbereitung, weil es ging ja darum, wir haben ja einen, der schnell ist und wir wollen ja noch, dass der weiterhin schnell bleibt, wo lassen wir den operieren? Das war ja wichtig, dass du auch. Mega, mega wichtig nach der Verletzung, nach Verletzung, die Reha. Ordentliche Reha, von 0 bis 100 Prozent, dass alles wirklich lückenlos ist, damit man wieder da anknüpfen kann, wenn nicht sogar besser wird. Und, weil ich dann später die E-Mails kriege, ich war immer im Verteiler, aber ich hatte mein Handy nicht bei mir und dann machst du dein Handy auf 23 E-Mails wieder hin, bis dann beschlossen wurde, Dienstag verletzt, du wirst Donnerstag operiert in Straubing bei München von dem Knie-Koryphäer Dr. Jürgen Eichhorn. Bin dahin, Dienstag geflogen, Mittwoch, Besprechung, Donnerstag, zwei Tage später, weil du musst ja auch nach dem Kreuzmann, entweder handelst du sofort oder du lässt das Ding auszahlen und dann operierst du, weil es blutet ja ein und so. Ah, okay. Deswegen, und die wollten bei mir sofort das Ding operieren. Zwei Tage später nach Verletzung wurde ich operiert. Das kam mir auch noch zugute, warum ich in der Lage war, später dann sofort an meine Leistung zu knüpfen. Weil du früh operiert wurdest. Ich wurde sofort operiert und nach der Operation stehe ich, wache ich auf und sehe gerade die Läufe, meine Disziplin. Wo du gelaufen wärst. Dann sagt die Krankenschwester unter ihrer Maske, der hätte dort laufen sollen. Boah, dann bin ich zusammengebrochen. Ich dachte, das ist doch ein schlechter Witz. Das verarscht ihr mich. Ich wollte einfach nach der Narkose aufsehen, ich wurde gerade aus der Narkose aufgewacht und dann siehst du deine Disziplin. Ich habe gesagt, die verarscht. Das ist aber auch fies. Da hat die das ausgemacht. Weil die gesehen haben, wie ich geweint habe. Das kann doch nicht sein. An welchen Wettkämpfen, die so herausragend sind, so sage ich mal, auf Weltniveau, warst du dabei oder hast du irgendwas abgeholt? Mit abgeholt haben wir was bei den Staffelweltmeisterschaften. Zweimal Bronze mit deutschem Rekord jeweils. 2014 und 2019 jetzt einmal Bahamas und dann einmal 2019 in Japan, Yokohama. In der Jugend, bei den U23, Europameisterschaften. Bei den Deutschmeisterschaften war ich sehr oft Medaillenkandidat. Ich bin bei den Männern allerdings nur einmal Deutscher Meister geworden in der Halle, sonst ganz auf Zweiter. Ich glaube, das ist dieses Leverkusen-Prinzip-Problem. Bei Leverkusen, auch bei dem Fußball. Auf Zweiter war ein Deutscher Meister. So leichter Fluch vielleicht, keine Ahnung. Aber das waren so ... Das waren die Highlights. Oft aber auch getrübt durch Verletzungen. So Verletzungen wurden dann wirklich ein Teil meiner Sportart. Damit musste ich erst mal klarkommen. Die hast du gar nicht mit eingeplant, die Verletzungen. Ja, die planst du einfach nicht. Du willst einfach nur Sport machen, bis ich dann, sag ich mal, mit meinem Mental-Coach daran gearbeitet habe, dass Verletzungen einfach dazugehören. Also ich habe gelernt, mit meiner Kreuzband-OP das anzunehmen und habe eine supergeile Reha gemacht bei den Fußballern, bei der Werkstatt, bei den vier Leverkusen. Große Dank an Carsten Radomacher, der Rehaleiter. Boah, der hat mich da wirklich durch den Dreck gezogen. Also aber positiv. Von 9 Uhr morgens bis 15 Uhr haben wir das Ding durchgezogen. Und dann laufe ich, wirklich zwölf Monate später, nach meiner Kreuzband-OP, bin ich die zweitschnellste Zeit über 200 Meter gerannt, die damals in der Saison war. Das wollte ich dich als nächstes fragen, ob denn danach die Zeit wieder da war. Die Zeit war da. Also im ersten Jahr, ein Jahr nach meiner Kreuz-OP, laufe ich, bin ich nur 20, 6 gerannt. Das war so damals die zweitschnellste Zeit, die in der Saison dann so zu Buch getragen wurde. Zwei Jahre nach meiner Kreuzband-OP laufe ich meine zweite Zeit ever. Ich sage, alles klar, boah, es geht doch wieder. Und dann bin ich, seit zwölf, ja, 2016, Olympisch Spiele Rio, Bestzeit aufgestellt über 200 dann. Meine Bestzeit. Also wirklich, für mich war die Verletzung, eine Chance zu zeigen, willst du den Sport wirklich? Das war so ein Wendepunkt. Genau, Wendepunkt, Disziplin nochmal komplett umgestellt und mit zwei, drei Wettkämpfen, wo ich gesagt habe, es geht doch, dann glaubt, dass das kein Hindernis ist. Also du hast so einen Scheiß dann nicht mehr gemacht. Die meine Herausforderung nebenbei. Nee, dann nicht mehr. Oder Herausforderung und annehmen. Aber du merkst einfach, dass der Körper sich verändert. Jetzt auch mit 33, Saison musste ich abbrechen, 2019, aufgrund Achillessehnenproblemen. Und du merkst einfach, boah, du kommst nicht mehr so schnell, du regenerierst nicht mehr so schnell. Damals war das so, keine Ahnung, bist wach geblieben, lange wach geblieben und dann ging das nichts. Wenn ich lange wach bleibe, jetzt, du hast das Gefühl, das zerrt noch drei Tage später. Der Körper verändert sich immens und wir verlangen auch einfach sehr viel im Leistungsspiel. Also der Verschleiß ist extrem groß. Deswegen ist Pflege, Pflege, boah, so wichtig. Was machst du so, um dich zu regenerieren? Yoga, Schlaf, Ernährung, das sind so meine Sachen. Und wie du sagst, immer aktiv wird halt in dieses, dass du den Ofen jeden Tag, auch wenn es leicht ist, aber jeden Tag irgendwie aktiv befeuert. So wie wenn man das Auto auch immer anmacht. Genau, einmal kurz, ob das eine Session ist von 20, 30 Minuten, aber einfach sich bewusst machen, das ist mein Körper, ich bewege mich gerade, ich stretch mich hier, ich mache mich hier lang, weil sonst... Wer rastet, der rostet. Sonst rostest du, boah, und das merkst du einfach so mit 33. Wie ist das bei deinen Verletzungen? Ist das in irgendeiner Weise noch so, dass das Nachwirkungen hat? Also dass du, sage ich mal, jetzt nach einer Zeit noch von dem Kreuzbandriss noch irgendwas merkst? Ja, ich kann bis, also ich kann noch immer nicht 100% mein Knie beugen, wie auf der linken Seite. Also es gibt ja diesen Kniestand, auf den du beim Yoga hast, den kann ich nicht machen, wo du einfach hier wirklich dran sitzt und dann merke ich einfach, wenn dieser Druck kommt, hier zieht es noch und dadurch, dass der Nerv abgetrennt war, hier fühlt es sich anders an als links. Ganz anderes Gefühl, weil es einfach durchtrennt war, das musste wieder hochgezogen werden, hier drangeschraubt werden, das ist ein ganz anderes Gefühl rechts. Aber dadurch, dass die Reha so intensiv gemacht wurde, du musst dir vorstellen, du arbeitest gefühlt drei Monate nur auf einem Bein, dann ist das rechte Bein stärker als das linke Bein, weil wir uns so drauf fokussiert hatten. Das war aber jetzt deine schlimmste Verletzung. Ja, das war der Entgegner. Endboss. Endboss, wo ich gesagt habe, boah, hörst du auf, wirklich, wo du Colster-Vorstands, hörst du auf mit dem Sport und gehst einfach arbeiten. Dann hast du doch dann spätestens bestimmt auch an deine Zukunft gedacht oder an deine Rente von dir aus. Pass auf, da fing das an, da fing das an. Ich muss mich unbedingt anmelden, Fernstudium in Arnsbach, die haben sich dem proklamiert, hier, wir sind für Sportler da, wir verstehen euch. Fernstudium in Arnsbach, der tricky part war nur, die haben sich für Sportler der Winternatur entschieden. Okay, Ski und sowas. Ski, ja. Die kommen, Arnsbach ist ein Oberfranken und da bist du da und merkst einfach, das Problem ist, die ganzen Klausuren oder beziehungsweise die Präsenzphase, wo du sein musst, die sind im Sommer. Wir sind im Sommersportler und ich bin im ganzen Sommer unterwegs. Und dann bist du nicht da, musst das alles nachholen, ein bisschen gemerkt habe im zweiten Semester, nee, Fernstudium. Ich bin so an, aus, so Lichtschalter Mensch. 100 Prozent eine Richtung, aber dieses hier, 20, da, 20, Studium, 20, plus die Kinder. So, für mich war das mega schwer. Du kommst aus sechs Wochen in den USA, Tringslager, eine Woche zu Hause, drei Tage Arnsbach, zwischendurch die Kids. Das wurde mir zu viel. Ich habe gesagt, Studium muss ich leider auf Holz setzen. Dann bin ich noch Soldat bei der Bundeswehr. Dort auch meine Lehrgänge, wo du dann am Ende des Jahres immer deine Schießübungen machst, Lehrgänge in Hannover machst. Ich habe gesagt, das ist zu viel. Ich kann nicht Familienvater sein, ich kann nicht ein guter Student sein, ich kann nicht gleichzeitig Leistungssport... Das wurde mir zu viel. Ich habe gesagt, okay, setz dein Studium voll. Du hast mit der Bundeswehr die Möglichkeit, nach deiner Karriere, mit dem Bundeswiederungsdienst, dein Studium wieder neu anzufangen oder einfach in eine neue Berufsschiene zu gehen. oder da bin ich jetzt an dem Punkt, was machst du nach deiner sportlichen Karriere? Ich mache gerade meinen Trainerschein, mache jetzt, ich habe jetzt diese Woche die Prüfung, die erste Teilprüfung in der Ali, für die Ali-Lizenz und... Siehst du dich schon als Trainer? Ja, also es macht... Oder bist du zu jung? Nein, ich sehe mich. Du bist schon reich. Ich habe jetzt auch bei uns die U14, U14er, die ich mittrainiere. Wo trainierst du? In Leverkusen. Verein habe ich da die U14 nachmittags und es macht mega viel Spaß. Ab und zu trainiere ich so auch im privaten Bereich Fußballer und es macht einfach mega viel Spaß, sage ich mal, mein Wissen weiterzugeben. Weil ich einfach sage, hätte ich das und das früher gewusst, warum wäre ich heute... Ja, genau. Ich habe ja spät angefangen, ich bin ein klassischer Quernstück. Ich habe ja Leichtathletik erst mit 17 angefangen. Unser deutscher Rekordhalter Julian Reus hat mit 9 angefangen. Und du siehst ja, wenn du es so wirklich richtig, richtig machst, wo es hinführen kann, der hat sich den deutschen Rekord geschnappt. Und ich habe erst später angefangen und bin so kurz davor gewesen. Über 200 Meter fehlen mir praktisch, fehlt mir einfach 70 Zentimeter bis zum deutschen Rekord. Der ist bei 20, 20, ich bin bei 20, 27 liegen geblieben. Und das habe ich, weil ich den Sport erst mit 17 angefangen habe. Ich stelle mir die Frage, was wäre, wenn ich früher angefangen hätte, wäre ich schon über den deutschen Rekord gelaufen. Das sind so Sachen, die ich dann einfach weitergeben möchte und es macht mir unheimlich viel Spaß. Also, ich fühle mich so zu Hause auf dem Sportplatz. Das ist, sagen wir mal, natural instinct. Ja, ich kann mich da einfach so frei bewegen. Ich bewege mich. Oft ist das so, während meiner Ausbildung, du hast so viel Energie. Ich kann mir nicht vorstellen, den Ortner von A und HP zu verschieben auf dem Bürostuhl. Herr Mayer, Herr Mayer, machen Sie mal, Konferenz. Das hat sich so unnatürlich angefühlt. Klar war mir bewusst, dieser Job ist wichtig, diese Ausbildung ist wichtig, die musst du machen, weil irgendwann wird Tag X kommen, wo du den Sport nicht mehr so ausleben kannst. Aber es fühlt sich einfach schön und cool an auf dem Sportplatz zu sein. Was ist zum Beispiel mit so Personal Training? Also, dass du jemanden speziell coachst, eine Person, die sich dann vorbereitet, die so ist, wie du warst. Ja, mega cool. Also, jemanden zu, sag ich mal, zu den Olympischen Spielen zu begleiten, der extrem fokussiert ist, ich glaube, das ist so für einen Trainer Sahne-Stück. Das ist wirklich so, keine Ahnung, wie wenn ein Musikproduzent und einen geilen Rapper zusammenarbeitet, wo du merkst einfach, da ist einer, der macht das von alleine, so snappt einfach. Aber das ist mega cool. Und du kannst ja auch weiterhin, sag ich jetzt mal, hört sich jetzt doof an, aber als Influencer was machen. Also, jetzt nicht so in dem typischen Klischee-Sinne, aber jetzt so im positiven, nützlichen Sinne, weil du kannst ja viel erzählen. Das ist ja nicht so, dass du jetzt irgendeinen Scheiß verkaufst, weißt du, so wie viele, sondern du kannst ja wirklich mitreden und wirklich sagen, das und das funktioniert, das und das funktioniert nicht. Soll man es ordentlich machen und diese Art und Weise, dass ich, sag ich mal, mein Wissen mich weitergeben kann und jemandem kann sich daraus was zählen, sagen Motivation oder, 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 oder ja, Motivation oder technische Anregungen oder wie könnte man das gestalten, weil ich habe gerade einen Athleten, der genau in dieselbe Richtung geht, vielleicht dein, dein, dein Immigranten-Background hat, den würde ich gerne, aber sprich doch mal mit dem, boah, da sehe ich mich voll, so, weil ich sage mal, wir haben so viele Kinder im sozialen Brennpunkt, denen müsst ihr nur eine Chance geben. Du musst dir vorstellen, ich bin von heute auf morgen Deutscher geworden, weil ich geradeaus schnell laufe. Das muss ich dir mal geben. Das war der Grund. Ja, ich habe nie Scheiße gebaut, ja, ich habe ganz normal gelebt, ich wollte einfach nur ein guter Bürger sein, nur weil, nur gerade, nur, also für mich ist das so, nur weil du schnell geradeausläufst kriegst, also hier, deutschen Staatsbürger. Ist schon krass, ne? Ist so krass, so wie viele Leute auch einfach normal sind und vernünftig sind und zur Schule gehen und die Chance dann nicht kriegen. Boah, das tat mir nicht weh, aber es ist schon irgendwie so, boah, schon leid, so muss man erst produktiv sein, damit man ist. Ja. Weil, für mich war das so, erst so eine Art und Weise von so Akzeptanz, du bist einer von uns. Ich sage so, boah, nach, nach, nach 19 Jahren kriegst du den deutschen Post. Und warum? Weil du nur geradeaus laufen kannst. Fuck. Aber irgendwie schade, so irgendwie, hat man das Gefühl, es geht nur ums Geld oder es geht nur ums Business. Ja, keine Ahnung, und das äußert nach, nach außen, der läuft jetzt für uns. Ja, genau, jetzt haben wir einen hier. Und, das fand ich, das fand ich so krass, aber wenn das die Möglichkeit ist, ja, klar, dann go for it. Wenn es die Möglichkeit ist, und wir ganz viele Kinder in so sozialen Brandpunkten haben, die sich sportlich austoben können, sprechen die Sprache noch nicht, aber sind super flink mit den Beinen, tanzen überragend, können überragend boxen, weil die so eine Aggression haben, wenn du das richtig steuerst. Ist das eine Motivation von dir? Ja. Dass du da in dem Bereich tätig bist? Ich möchte unbedingt, so, das ist so, was heißt so, das könnte, da könnte ich mir auch vorstellen, einfach Leute aus einem sozialen Brandpunkt zu sagen, ey, es geht auch anders. Du musst nicht dealen, du musst nicht rappen, also, das heißt, du musst nicht rappen, aber du kannst auch über den sportlichen, sportlich, also, ich kenne ja nur die Sport, ich kenne die sportliche Seite. Also, du kannst einen sauberen Weg gehen. Du kannst einen sauberen Weg gehen über den Sport, kannst du dir, kannst du dir einen Wohlstand und eine Akzeptanz wirklich ertrainieren, ja, erarbeiten, wo du einfach ankommst, hier in Deutschland, ja, und diese, diesen Aspekt möchte ich zeigen. Ist da irgendeiner von euch draußen, der sich sportlich so bereift ist und sagt, boah, ich möchte hier raus und da, da sehe ich so, so, wie ich die Fackel halte und das einfach weiter gemischt. Nimm meinen Funk an, nimm meinen Funk an, geh den geraden Weg, hör auf mit dem Mist. Wenn irgendeiner im Freundeskreis da ist und ihr seht, da ist einer mit Potenzial, aber der geht gerade nicht den richtigen Weg, hilft ihm da rauszukommen. Wenn ich an einen denke, der sowas auf die Beine kriegt, dann bist du das, gerade bei dem, was du gerade gesagt hast. Danke, danke, danke. Weil du mir eigentlich ja auch schon die ganzen Argumente geliefert hast, warum man dann kein Alkohol trinkt, nicht raucht, nicht Party macht, wenn man dann fokussiert ist, wenn man dann ein Ziel vor Augen hat. Und das finde ich bemerkenswert an dir. Ich sage ja auch nicht, ich sage ja auch nicht, trink kein Alkohol. Nein, wer trinken möchte, soll trinken. Ja, es geht ja auch so, manche, die sagen, aufgrund der Kultur, Religion, die dürfen es überhaupt nicht, dann ist das, deswegen, ja, das ist so, was mir, glaube ich, persönlich sehr viel Spaß machen will, weil ich einfach gesehen habe, wo es hinführen kann. Ja, du hast es selbst live miterlebt. Ja, wirklich, wie meine Eltern da im Ausländeramt gerungen haben, du musst dir vorstellen, wir sollten abgeschoben werden, 1900, whatever, keine Ahnung, 92, 93, wir sollten abgeschoben werden. Also deine Eltern haben dann auch den Status bekommen mit dir? Nein. Wie war das denn? Nur ich. Und dann? Nur ich und meine Schwester. Aber dadurch, dass du das Kind bist, konnten die hierbleiben? Ja, ja, die haben aber erst später, die haben, wie war das, von der Reihenfolge her, waren wir immer Duldung, Duldung, Duldung. Ich glaube, irgendwann um die 2000 erhalten wir, wie heißt dieser Titel, dass du dann unbefristet, glaube ich, bist. Dann hatten wir irgendwann roundabout 2000. Aber wir sollten wirklich abgeschoben werden. Meine Mutter hat uns im Kreis Mettmann da gelassen und gesagt, schiebt uns ab, aber unsere vier Kinder bleiben hier. Dann ist die gegangen. Für die war das wirklich wichtig, Kinder, nutzt die Chance hier. Nutzt die Chance. Und das war mir so, das war für mich so wichtig, nutzt eure Chancen. Wir haben hier so einen Wohlstand, wir haben hier so Möglichkeiten. Die sind meiner Meinung nach schon fast unbegrenzt als in den USA, weil hier musst du keine Angst haben, weil Schwarze irgendwie erschossen zu werden bei einer Polizeikontrolle. Das hat sich irgendwie für mich so, so wichtig angefühlt, nutzt eure Chancen. Und deswegen fand ich das so mega traurig, dass meine Eltern und Geschwister einfach immer nur scheiße geworden haben. Also für mich war das so klar, ich wollte nicht der nächste Menger sein, der von der Kriminalpolizei gesucht wird. Wollte ich einfach nicht. Ich sagte, ich möchte das nicht. Ich sagte, ich lerne, so leid es mir tut, auch wenn es in der eigenen Familie ist, aber ich lerne aus den Fehlern, die gemacht wurden. Das ist das Richtigste, was du machen konntest. Wenn ihr in eurer Familie Leute habt, die den falschen Weg gehen, du musst nicht den gleichen Weg gehen. Nein, nein. Vor allen Dingen, wenn das jemand älter ist, hast du die Chance, das anders zu machen. Klar. Du hast Zeitvorsprung. Auf jeden Fall. Vielleicht belichten das manche, aber für mich war zum Beispiel immer wichtig, mit Schlauren abzuhängen, von denen ich lernen kann. Dann lass es der Hannes sein oder ich nenne ihn jetzt mal so, der typische Deutsche sein. Aber ich sage, von denen kann ich lernen. Ohne jetzt einen Ausländer, der auch klug ist, abzuschampeln. Aber für mich damals als Jugendlicher, wenn wir fünf Immigranten aufeinander oder Ausländerkinder zusammenkamen, egal was war, am Ende kam immer die Polizei. Ja, ist so. Mona, Maren, wir waren zur Fünft, irgendwas ist passiert, wir fünf, Polizei von meinem Haustier. Wir fünf in Düsseldorf, irgendeiner fängt die Schlägerei an, du bist aber dabei, aber nicht aktiv mitgemacht, aber denkst dir, guck mal, das kann doch nicht sein. Ist so. Wenn du mit Hansen Müller rumläufst, dann passiert sowas nicht. Denn es ist Schicksal, die Kanacken kommen immer in den Gerichtssaal. Wir holen sie da raus. Genau, genau. Lass uns sie rausholen. Wir müssen das Schiff umlenken. Ja, ich finde, diese Vorverurteilungen können so mies sein. Du wirst geboren in irgendeiner Familie und dann hast du sofort einen Stempel drauf. Du kannst der netteste Mensch sein, nur weil er vielleicht einen exotischen Nachnamen hat. Ich habe mir bei meinen Kindern Gedanken gemacht, muss ich dir vorstellen, bei meinen Kindern habe ich mir Gedanken gemacht, wie ist das, wenn die sich am Telefon melden bei Hans Meyer. Deswegen keine exotischen Namen. Jamee McQuarrie, Manga ist am Telefon. Hier ist Tyrone. Ja, aber da siehst du, da fängt es automatisch an. Ist so. Ist doch ein Name, lass den doch. Wir sind doch so tolerant. Das eine ist, dass man versucht, andere zu verändern und das andere ist, dass man versucht, sich selber zu verändern. Und ich sage immer, versuch das zu verändern, was du auch wirklich verändern kannst. Und das bist halt du selbst. Du kannst die anderen Menschen nicht verändern. Du kannst sie vielleicht mit deinem Vorbild verändern, indem du ein Vorbild für die anderen wirst. Aber du kannst die anderen so, wie sie sind, nicht verändern. Du musst erst mal, wie gesagt, bei dir anfangen. Richtig. Und wenn ein Funken übergetragen werden kann, dann umso besser. Und deswegen finde ich auch deine Geschichte jetzt vorbildlich. Absolut vorbildlich. Das weißt du auch selbst, denke ich. Weil du jeden Tag die Früchte dessen auch genießt und auch mit dir im Reinen bist. Und das ist ja dann das A und O. Weißt du, wie viele Leute, die kämpfen noch mit sich. Ich habe zum Beispiel sehr lange dafür gebraucht, dass ich überhaupt mit mir im Reinen war oder mit meiner Herkunft oder wer ich bin oder wie auch immer. da war ich schon erwachsen. Ja, weil mein Vater kommt aus Syrien, meine Mutter ist Deutsche und er fand seine Kultur oder er findet seine Kultur ist die bessere. Ja, eine klassische Kultur. Und es war dann halt auch immer so vom Kind auf so, du musst eher so sein oder du musst eher so sein. Mega schwierig. Und als wir hier nach Deutschland kamen, da gab es auch nicht viele Syrer. Hat dein Vater, deine Mom in Syrien kennengelernt? Die haben sich hier kennengelernt, aber die sind dann direkt, als ich ein halbes Jahr alt war, runter. Krass. Und dann bin ich drüben aufgewachsen. Ja, krass. Also ich bin hier mit neun, zehn ungefähr wieder zurück. Also sind meine Eltern wieder zurückgekommen. Als ich hier ankam, ich wusste erst mal gar nicht, zu wem gehörst du oder wer bist du hier überhaupt? Weißt du? Also drüben hatte ich nicht so das Problem, da war ich auch noch was jünger. Aber hier bin ich dann schon aufgefallen. Also obwohl ich nicht schwarz bin, obwohl ich auch nicht jetzt so dunkel bin, wie jetzt viele andere, die auch den Namen haufen. Aber bei mir war das schon ein Thema und wo ich dann halt phasenweise irgendwie gedacht habe, jetzt musst du voll der Deutsche sein. Wo du gemerkt hast, das bist du aber eigentlich gar nicht. Du lügst dich selber an. Dann wolltest du wieder voll der Ausländer sein. So nach dem Motto, ihr könnt mich mal. Dann bin ich halt der Ausländer, den ihr wollt. Und heute sage ich, ich bin weder das noch das. Ich bin einfach der, der ich bin. Ich mache das, worauf ich Lust habe, solange ich keinen schade damit. Es war für mich schon also nicht einfach. Also es hat lange für mich gedauert, dass ich mit mir im Reinen war, dass ich gesagt habe, okay, akzeptiere die Sachen, wie sie sind und versuche dich nicht irgendwo rein zu quetschen. So und ich versuche halt. Sei einfach du, ne? Ja, sei einfach du selber so. Sei einfach du selber. Und deswegen, das, was du erzählst, das ist so, das hört sich für mich einfach wunderschön an, deine Geschichte. Danke schön. Und das, was deine älteren Brüder erlebt haben, das teile ich auch so ein bisschen. Weißt du, das ist auch so ein bisschen so meine Vergangenheit. Ich habe auch sehr viel Scheiße gebaut in meiner Vergangenheit. Und ich kann das auch sehr nachvollziehen. Das Problem ist halt, nicht jeder kriegt die Kurve so. Nicht jeder, der so wie ich oder wie deine Brüder sind, kriegt irgendwann die Kurve, dass er sagt so, ich finde noch mal zu einem normalen Leben. Weißt du? Oder ich werde noch mal irgendwie neutral oder so. Das habe ich, zum Glück habe ich das geschafft. Weil ich bin auch ein Mensch, der viel nachdenkt und so. Sehr, sehr wichtig. Ich finde auch gerade wichtig so für die nächsten Generationen. Ich meine, es sind ja mittlerweile nicht mehr so viel, klar jetzt mit den Flüchtlingen, die jetzt gekommen sind, sind auch mehr Jüngere oder auch Kinder, die jetzt, sag ich mal, ganz früh hingekommen sind oder jetzt auch mit 10, 15 oder so. Es gibt auch viele. Aber ich finde es sehr wichtig, dass Menschen, die woanders ihren Ursprung haben, werden vielleicht auch nicht die Heimat, aber den Ursprung haben, dass sie Vorbilder haben, so wie dich. Nicht so wie mich, vielleicht mit der Sendung. Das kann sein, dass sie einen positiven Aspekt hat. Jeder Funke, weiß nicht in welcher Form und Art und Weise. Verstehst du, ich gebe mein Bestes, aber da sehe ich in dir mehr noch Potenzial, weil du auch noch eher so ein Mensch bist, den man so als Mensch, der hier auch aufgewachsen ist und geboren ist, besser nachvollziehen kann. Und du bist ja auch in der Ecke jünger und hast auch noch mehr Draht dazu. Und ich fände das super, wenn du da irgendwie in irgendeiner Weise so ein Projekt machst, wo du die Jugendlichen ansprichst. Klar, das kannst du tagtäglich als Trainer machen, aber ich denke, da kann man vielleicht auch Workshops draus machen, da kann man vielleicht auch irgendwas anderes draus machen. Stimmt, dass man noch explizit diesen Punkt mit einbringt, wie ist es als Ausländerkind hier aufzuwachsen. Du kannst, die Deutschen, die hier geboren sind, die Einheimischen, sage ich jetzt mal, die sind halt die Mehrzahl. So. Und du hast auch nicht auf diese Mehrzahlen Einfluss, weil du selber von woanders kommst, dein Ursprung woanders ist. Also das heißt, die kannst du auch nicht verändern. Das heißt, was du machen kannst, ist, auf die Leute einwirken, die dich als Vorbild akzeptieren würden. Das können zum Beispiel Schwarzafrikaner sein, das können aber auch andere sein. Das kann alles Mögliche sein, aber Leute, die halt nicht hier wirklich sich heimisch fühlen, von mir aus. Die muss man abholen. Genau, die muss man abholen und das sind auch die Leute, wo du sagst, die kann man auch verändern oder die können sich noch verändern, weil die müssen sich auch verändern. Ja, natürlich. Die Deutschen, die müssen natürlich auch sich genauso anpassen an die Situation, an die Leute, die von woanders kommen. Das ist keine Frage, aber die Minderheit, die muss sich mehr anpassen, weil die Minderheit, die kommt hierhin als Gast. Ja. Und die muss sich noch mehr anpassen. Du kannst dich vom Gastgeber verlangen, dass der sich für dich verändert. Nein, kannst du nicht verlangen. Verstehst du? Und es ist doch, in Anführungszeichen, wir haben das Gute, ich nenne das jetzt einfach mal Regelwerk, ja. Ist ja da, ist ja vorhanden. Es muss nur für jeden Einzelnen übersetzt werden. Und wie gesagt, wenn das Kinder sind mit sportlichem Potenzial, dann sind sie bei mir richtig. Siehst du, siehst du. Wie kann man dich denn eigentlich erreichen? Über meine Instagram-Seite. Instagram? Ja, wie heißt der? Menga, man, Menga. Menga, man? Menga, sie macht sich, man. Ich werde ihn auf jeden Fall unten verlinken. Ja. Facebook auch? Meine Facebook-Seite, über den Verein, TSV bei der Vier Leverkusen Leichtathletik, CO, Platini, Menga. Coole Sache. Wirklich, ich frage Leute von aller Herren Länder an bezüglich Training und wie und was und wo und da schreibe ich jedem zurück. Coole Sache. Also ich sehe dich auch als Personal Trainer auf jeden Fall. Also wie ich dir gesagt habe, dass du jemanden speziell vorbereitest. Ja, warum nicht? Gerne. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch gut Asche bringt, oder? Ja. Also nicht nur, aber ich sage mal ganz ehrlich jetzt so, ich meine, du kannst ja jetzt auch nicht mehr so die Leistung machen wie vorher. So und dann sollte man doch... Ich selber? Ja, du selber. Jetzt nur noch das weitergehen. So, das Know-how. Das Know-how. So und dann sollte sich doch dieses Know-how doch auch in irgendeiner Weise auszahlen, finde ich. Also ich finde... Qualitätsmerkmal. Ja, genau. Ich kann ja nicht für einen Euro da hinstehen und sagen, bei MacFit, hallo. Richtig. Ich finde, da solltest du nicht zu bescheiden sein. Nein, nein, das möchte ich eigentlich. Weil, wie du sagst, Qualitätsmerkmal, ganz klar, und weil ich einfach die nötige Leidenschaft mitbringe und wenn du mich so da siehst, klar. Ich seh dich auf jeden Fall und ihr habt den auch da zu sehen. Ja, macht Spaß. Nee, trainieren, also Training geben macht mir Spaß. Die Freunde, die ich im Privaten schon trainieren durften, die haben bis heute noch Muskelkater. Ja, siehste. Noch nach Jahren. Mit dem trainen ich die wieder. Nie wieder, ne? Hier an der Seite. Ich hab den Muskeln noch in den gespült. Paltini, was machst du? Das machst du je? Immer so, und das machst du jeden Tag. Krass, krass. Und meine Frau war, sagt, keine Ahnung, es gibt ja Übungen, hast du ab und zu mal viertel Kniebeuge, wo du einfach mal 235 Kilo auf dem Rücken hast. Warum? Muss das sein? Das tut doch weh. Ich hab die jetzt vor kurzem bei meinem Chiro hingebracht und da hättest du mal komplett zusammengekriegt mit sich als Erzieherin und du bist da, sag ich mal, du arbeitest in einem kleinen Sektor mit den kleinen Kindern und dann oft dann hier versteift und da hast du mal richtig auseinandergenommen mit ein paar Adjustments. Da hast du auch gesagt, ey, das tut doch weh und das kriegst du jeden Tag. Krass, ne? Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich dafür legt. Bruder, das war mega, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung. Und ich denke mal, wir können vielleicht in Zukunft noch mal ein paar Projekte machen. Auf jeden Fall. Hatten wir schon angedeutet. Ne, haben wir schon angedeutet. Gute Ideen. Genau, du streamst ja auch auf Twitch, ne? Bald, bald, bald. Bald auf Twitch, Leute. Hobbymäßig, hobbymäßig. Genau. Wow, so. Gute Sache, Bruder. Dankeschön, Großer. Jo, Leute, alles klar. Macht's gut, bis. Bis dann, ciao. 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 Ciao.